Musik Es ist der 11. August 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der ein bisschen vor sich hin snattert oder zittert oder schnattert oder wie auch immer. Denn der Sendegarten sendet heute live vom Podstalk und es ist mehr so ein Gartenerlebnis, weil wir nämlich draußen sitzen und wenn ich wir sage, dann meine ich in diesem Fall den lieben Lars. Hallo Lars. Ja, moin Martin. Wir sitzen uns Auge in Auge gegenüber. Das ist das, was ich am liebsten habe, wenn ich podcaste. Das ist total klasse. Neben ihm sitzt der Sebastian. Hallo, guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend. Guten Abend. Funktioniert nicht im Audio. Ja, aber wir haben ja Video diesmal. Ja, aber wir sind immer noch in erster Linie und zuallererst und vorrangig und überhaupt ein Audio angeboten. Stimmt, darauf muss man immer achten. Das merke ich dann auch immer, wenn Podcast irgendwie Video oder das nur als Nebenprodukt, dann geht meistens irgendwas im Audio verloren, ne? Ja, irgendwas verschwendet, verschwendet, verschwindet dann. Verschwindet dann, ja. So, wir sind wie immer nicht alleine und haben uns tatkräftige Unterstützung auf die Gartenbank geholt, die in diesem Fall ein Monoblockstühlchen ist, auf dem wir alle sitzen. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, den wir alle unter der Buddler kennen, Mirko Gutjahr. Guten Abend. Ein großes Hallo in die Runde. Hallo. Wunderbar. So, das ist das Team, was heute da ist und wir sind nicht deswegen in die Kälte gegangen, weil wir uns einfach mal sehen wollten. Natürlich wollten wir uns einfach mal sehen, sondern es gibt einen Grund. Und wir sind auf Potsdok. Potsdok, das Barcamp, Podcaster-Festival, das Auge-in-Auge-Treffen und das ist ja lange, lange, lange angekündigt worden. Wir haben oft und viel darüber gesprochen, denn der Sebastian, der hier sitzt, der ist quasi im Moment Mr. Potsdok, der Hauptorganisator vom Ganzen. Erzähl doch mal ganz kurz, was Potsdok ist, für alle die, die es immer noch nicht wissen. Oh, die haben unsere Sendung ja gar nicht gehört. Ja, Potsdok ist ein Treffen der Community, Hörer, Hörerinnen, Podcaster, Podcasterinnen und alle, die sich irgendwie dazugehörig fühlen, diese Verrücktheit, die sich so entspinnt, auf diesem Event mitzumachen. Also überhaupt keine geschlossene Gruppe, sondern offen für alles und ja, und jeden. Und ja, wir podcasten auf der Bühne, wie wir es jetzt tun. Dann, ja, es gibt Workshops, wir haben Internet, gut, da müsste man mehr drauf eingehen, warum das so besonders ist. Das machen wir später nochmal ganz kurz, ja, genau. Und ja, ansonsten, ja, habe ich was vergessen, Workshops, Bühnenprogramm, ja, und viel drumherum, Gespräche natürlich, also so untereinander, sich einfach mal treffen, das Gesicht zur Stimme kennenzulernen, ja, was man so halt auf Podcaster, Community und Podcasterinnen treffen so macht. Und zwar ein ganzes Wochenende lang, von Freitagabend bis Sonntagmittag. Genau, und für die Helfer und Helferinnen sogar mit Bonusaufbautag. Also ein Tag Null am Donnerstag schon, den haben wir ja gestern gemacht. Soweit bis hierhin, so bist du zufrieden mit der Orga oder hat es irgendwelche größeren Probleme gegeben? Keine, die nicht gelöst worden sind, sagen wir es mal so. Also ja, es gab kleinere Probleme, aber davon auch einige, aber nichts, was jetzt unlösbar war. Okay, okay. Aber, ja, super. Super. Mirko, hast du von Podstock vorher schon mal gehört, bevor du jetzt hier auf die Bühne geholt worden bist? Ähm, nee, ich bin hier zufällig vorbeigefahren. Wie ist der Zufall so wild? Der Zufall so wild, so mitten im Mund zurück. Tatsächlich habe ich letztes Jahr schon vorbeifliegen sehen, da könnte ich nur leider nicht. Da war ich mitten in Ausstellungsvorbereitung und dachte, hm, wäre es jetzt gern dabei, aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Was hast du denn letztes Jahr so an Wahrnehmung gehabt? Was hast du denn gedacht, was es denn eigentlich ist, wenn man nicht hier ist, was nimmt man denn so aus der Entfernung wahr? Ich war ein bisschen insofern schon vorbereitet, weil man ja schon das eine oder andere Podcaster-Treffen mitgenommen hat. Es war immer ein bisschen anders, ein bisschen ähnlich, aber es sind ja immer doch dieselben Gesichter, die man wieder sieht, Gott sei Dank. Aber das Sorscheat führte sich sehr, sehr abenteuerlich an und ist das auch. Jetzt noch eine Erklärung für unsere Zuhörerinnen. Wir haben im Hintergrund eine Tweet-Wall laufen und aus dem Publikum werden dort gerade schon nette Kommentare gepostet. Da musste ich gerade ein bisschen lachen. Ihr seid so schön, steht da zum Beispiel. Entschuldigung, ich finde dir das Wort gefallen. Kein Problem, kein Problem. Ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich weiß auch nicht mehr, was du gesagt hast, aber egal. Wer warst du gleich noch mal? Das scheint irgendwie auf Podstock ein Running-Gag zu sein. Das ist so die Bühne des Vergessenes. Wer seid ihr? Warum bin ich hier? Was für ein Ding? Alles, was auf dem Podstock geschieht, bleibt auf dem Podstock. Wird nicht versendet. Jetzt habe ich Martin sprachlos. Das ist schon gut. Der kriegt sich wieder ein. Die Frage war, was du wahrgenommen hast. Es ist sehr abenteuerlich, sehr Wildnis und das scheint sich hier zu bewahrheiten. Letztes Jahr war noch dazu noch schönes Wetter, wie ich gehört habe. Das ist dieses Jahr noch in Vorbereitung, würde ich sagen. Es wird noch kommen, denke ich. Sonntag wird es schön, wenn wir abreisen. Das ist toll. Super. Letztes Jahr hatten wir allerdings das Problem mit den Mücken. Die haben hier die Leute heimgesucht. Dieses Jahr haben die Mücken so viel Wasser auf den Flügeln, dass sie gar nicht fliegen können. Das ist perfekt. Okay, ich hatte jetzt aber schon seit gestern irgendwie fünf neue Mückenstiche. Okay, dann stimmt meine Legende jetzt auch schon wieder nicht. Ich dachte, die hätten jetzt einfach Platz gemacht für die großen Brummern, nämlich diese Hornissen. Was mir viel mehr Angst sind, die dicken Ameisen. Also an der Antenne, die ich draußen aufgestellt habe, können wir gleich nochmal drauf eingehen, haben wir so lange Erdschrauben benutzt und als ich die erste angesetzt habe, sind mir riesige Ameisen entgegengekommen. Das scheint mal ein Nest getroffen worden zu sein. Und immer, wenn ich jetzt Akkus tauschen muss, dann kommen mir die nochmal entgegen. Also die lauern da quasi immer auf mich. Gott, die sind so fast so wie... Ich zeige euch jetzt nichts von den Bären, die mir vorhin entgegengekommen sind. Wie sehen die aus? Die sind fast wie die Ameisen in Indiana Jones 4. Ach ja, ja, ja. Nicht schön, nicht schön. Dann habt ihr den Experten dabei. Was war denn gerade dein erster Tweet, den du abgesetzt hast, als du hier angekommen bist? Der erste Tweet war, Podcaster sind mit allen Wassern gewaschen und wenn noch nicht, dann bestimmt nach diesem Wochenende. Es regnet nämlich in Strömen. Insofern werden wir mal schauen, ob die ganze Konstruktion hier hält. Das hoffe ich doch mal. Es sieht aber sehr gut aus. Wir haben ja zumindest ein Festesdach. Also unser Dach hält. Ich weiß nicht, ob das Publikum noch so ergibt. Das ist heute Nachmittag in gemeinschaftlicher Arbeit, also ganz ingenieurtechnischer Akkuratesse ist das hier aufgebaut worden. Ich habe da, wenn jetzt kein Wind kommt, habe ich keine Bedenken. Sebastian, du musst bedenken. Selbst mein Provisorium, das du eben nicht als stabil gekennzeichnet hast, hält immer noch, wollte ich nur mal sagen. Ja, wir haben die Headset-Halter, also so Fleischerhaken und diese Headset-Halter, die fallen halt immer vom Tisch und Sebastian hat sie einfach angeklebt. Und ich habe behauptet, das würde nicht halten, wegen Physik, wegen Gravitation und so. Hier ist alles anders. Hier scheint alles anders. Die Ameisen größer, Krebstoff hält besser. Sebastian, wir haben ja gerade schon das Opening gemacht hier vom Sendegarten, ich habe beinahe gesagt, jetzt habe ich nicht schon, nein, vom Potsdok. Und wir haben gesagt, du bist quasi Mr. Potsdok und wir danken dir ganz besonders dafür, dass du diese Orga angenommen hast. Und um besonderen Dank auszudrücken, habe ich dir etwas mitgebracht. Eine Original-Sendegarten-Muhdose nur für dich. Warte mal, wie funktioniert die eigentlich, du benutzt das Thema? Achso, schütteln? Nee, einfach nur drehen. Nein, nicht schütteln, mach die Kuh doch nicht verrückt. Wird die Milchsauer. Wie kriegst du die eigentlich so laut? Ah! Ich muss das noch üben. Mit Gefühl. Aber die eine ist irgendwie länger, oder? Sind das unterschiedliche Versionen? Ja, es ist eine Manufaktur, da sitzen kleine zarte Zwerge im Garten und töpfern diese Töpfe. Und dann sitzt mal der eine ein bisschen größer und der andere ein bisschen kleiner. Das ist doch... Das ist bestimmt eine Baby-Kuh, oder? Möchtest du die andere haben? Die wächst noch. Das wird mit der Zeit immer länger dauern. Immer schön gießen, genau. Aber dann wissen wir wenigstens, wenn es kurz ist, ist es von dir. Entschuldigung. Jetzt habe ich dir die falsche Kuh geschenkt. Verdammt. Nee, nee, ich wollte gar nicht mehr kann. Oder möchtest du doch noch mal? Ich meine, da hat dir keiner gesehen. Ja, warte mal. Moment. Ist die besser? Ja, die ist länger. Okay, dann nimmst du die. Und dann kriegt das nachher, das Volk bekommt... Warte mal. Bekommt dann das. Moodosen fürs Volk. Ja, Spoiler, Spoiler. Moodosen fürs Volk. Wollen wir mal gucken. Danke. So weit, so gut. Und wir haben noch eins vergessen, nämlich... Wir haben vorhin das ganze Team aufgezählt und wir haben einen vergessen, nämlich den Mann, der für die Musik zuständig war. Genau, das können wir nochmal nachholen. Martin, also der Metacast Martin, bekannt aus dem... Martin Fritze aus Hamburg. Danke, ich habe den Nachnamen gar nicht verraten. Ja, wusste ich. Habe ich für mich auch immer erst nachschlagen müssen. Genau, der macht den Metacast, deswegen ich assoziiere das einfach mit dem Podcast. Das ist einfacher. Den hatten wir angesprochen, hatten wir im Sendegarten auch schon erwähnt und in unserem Podstock-Feed, dass er quasi spontan noch so ein kleines Soundschnitzel-Trailer-Intro gebastelt hat, was wir eben gehört haben und jetzt auch immer wieder hören werden in den Pausen. Ja, das ist von ihm. Und da auch nochmal danke, das hatten wir eben vergessen. Ja, unbedingt, ganz herzlichen Dank. Das hat er ganz spontan auf... Dringende Bitte. Nein, ich habe ihn nur einfach gefragt, weil ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Musik, die man im Metacast hört, diese wunderbare Intro-Musik, die hat der Martin selber gemacht. Und da haben wir einfach gesagt, Mensch, kannst du nicht für uns auch was machen? Und dann hat er nicht Nein gesagt. Ganz herzlichen Dank. Wir könnten auch noch ein bisschen so machen. Alles klar. Ja, dann lass uns doch mal gucken, was als neue Ernte eingegangen ist zur letzten Sendung. Da war doch was. Da war doch was. Ich bin taugend. Diese Schafe schlagen durch. Da hast du auch gut was reingegeben. Da kommt die Moodhose nicht gegen an. Nee, da kommt die Moodhose nicht gegen an. So, ich muss einmal etwas ernster werden und zwar eine Rückmeldung, die mir gekommen ist. Ich habe in der letzten Episode etwas gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ich bin ein bisschen politisch geworden oder wie auch immer. Jedenfalls habe ich mich dazu hinreißen lassen, etwas zu den Sachen um den 11. September 2001 zu sagen. Ich habe da gesagt, dass mich das Ganze nicht so wirklich überzeugt, was da an offizieller Darstellung in der Welt ist. Und ich muss nochmal sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht mit etwas Verwunderung gehört haben, das ist eine komplette Einzelmeinung meinerseits. Einerseits. Damit hat weder das Spotstock-Team noch das Sendegartenteam irgendetwas zu tun. Ich habe da so Rückmeldungen bekommen, die da so merkwürdige Verquickungen ins Feld geführt haben. Wir haben das inzwischen auch geklärt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht andere Leute auch vielleicht so verstanden haben. Und ich möchte an der Stelle einfach mal die Rückmeldung geben, dass ich, und so wurde es dargestellt, nichts mit der Truther-Szene gemeinsam habe. Ich bin kein Truther, ich habe da keine Mission irgendwie zu erfüllen. Es tut mir leid, dass dieser falsche Eindruck entstanden sein könnte. Und falls es jemand so verstanden hat, nein, es ist nicht so. Ich möchte es nochmal hier ganz klar sagen, ich fühle mich keiner solchen Szene zugehörig und habe auch keine Wahrheit, die ich verkündet habe. Und wie eingangs gesagt, das war einfach nur meine persönliche Meinung. Das vielleicht nur zur Klarstellung. Und dann haben wir eine Zuschrift bekommen, und zwar vom Arvid. Der macht ja den Podcast nachgedacht, podcast.de. Den hatten wir letztes Mal vorgestellt bei den Setzlingen. Das war noch so ein bisschen am Anfang. Und wir hatten, das hatte der Lars gemacht, wir hatten so ein bisschen Probleme, das zu greifen, wegen diesem Reddit. Reddit, ja, es wirkte ein bisschen, ja, also, wenn man Reddit kennt, kann man wahrscheinlich mehr damit anfangen, habe ich gesagt. Und, ja, also, ich musste mich in einige Sachen erst ein bisschen reinfinden, um zu schauen, ah, das ist Humor, weil ich es eben einfach nicht kannte. So, und, ja, ich glaube, in dem Kommentar steht drin, dass sie es wohl für ein bisschen besser zugänglich halten, aber es kann ja auch mein Problem gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Ich erschreibe hier ganz so kompliziert, finde ich uns nicht, aber wenn Nachfrage besteht, dann werden wir auf unserer Webseite nachgedacht-podcast.de gerne eine Handreichung für Uneingeweihte veröffentlichen. Das ist doch sehr schön. Also, mir hätte es wahrscheinlich wohl geholfen. Und Sie haben inzwischen dann auch Ihr nächstes Angebot, also Ihre nächste Episode schon herausgebracht. Zumindest hat er mir das geschrieben am 6. August, das müsste ja inzwischen dann passiert sein. Wegen Podstock habe ich das im Moment nicht geprüft. Aber ich gehe da jetzt einfach mal davon aus, dass es so ist. Also schon mal ganz herzlichen Dank, David, und wir freuen uns natürlich auch über diese Rückmeldung. Falls ihr noch irgendwelche Rückmeldungen habt, nutzt gerne das Kommentarformular auf der Seite. Das ist das Einfachste, dann bleiben die Sachen auch schön gebündelt. Natürlich nehmen wir auch alle anderen Rückmeldungen über Twitter und sonstige Kanäle an. Sonst ist bei mir nichts eingegangen. Habt ihr noch irgendwas? 13 Grad Außentemperatur. Oh ja. Woher weißt du das so genau? Die Antenne hat auch einen Temperatursensor. Warum? Weil ich es kann. Nein, weil ich die Temperatur natürlich überwache, auch im Innengehäuse und da sind auch Lüfter. Meinst du, das ist notwendig bei 13 Grad? Im Sommer könnte es natürlich sein, dass es draußen wärmer ist als in der Box. Aber ich glaube, ich wäre jetzt lieber in der Box. So schön am Lüfter. Ich bekomme allerdings ab und zu hier so Wasser auf die Stirn. Kann es sein, dass es hier reinregnet? Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses prasselnde Geräusch, das könnte ja der Mirko mal eben erklären. Er hat gesagt, ich habe hier ein Störgeräusch auf den Kopfhörern und dann stellt es sich aber was heraus genau? Es ist regnet. Wir sitzen unter einem Blechdach und vor uns eine Plastikbauplane, also genug Fläche, wo eben Geräusche entstehen kann, was eben so sich anhört. Und wahrscheinlich wird auch Wohniges rausrechnen, aber vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, und jetzt auf jeden Fall eine Liveaufnahme. Das ist quasi unser Notstromgenerator vom Camp. Das ist ein bisschen angenehmer. Das war ja auch ein Ding damals, genau. Super. Okay, wir kommen dann auf die Gartenbank. Und wir begrüßen dann noch einmal Mirko Gutjahr, der Buddler. Du bist der Einzige, oder der Erste, nein, sagen wir mal andersrum, Tim Pridloff, der große Broadcast-Papst. Der ist ja mit Hinweisen und Tipps und so, Pluggen und so weiter, ist der ja echt zurückhaltend. Aber du wurdest vor einiger Zeit oder schon eine Weile her ausdrücklich genannt. Wie hast du es geschafft, den großen Tim Pridloff so zu beeindrucken? Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn das erste Mal getroffen bei einem der ersten Hörertreffen von Huxilla und ich wusste nicht, wer das war. Und habe ganz nett mit ihm geplaudert und dachte, was machst du so Schönes? Echt? Beim Podcamp? Nee, das ist schon ewig her. Da habe ich noch gar nicht gepodcastet. Da gab es nämlich auch eine Situation in der Kaffeeschlange. Tim stand irgendwie vor mir, da vorne noch jemand, da drehte sich um und sagt, na, machst du auch Podcast? Und ich hätte mich beinahe weggeschnissen. So, aber du warst auch auf dem Niveau super. Ist mir auch mal passiert, ja. Also, wie gesagt, ganz früh, wahrscheinlich meine Podcast-Karriere beinahe schon zu Ende gewesen, bevor ich angefangen hätte. Bannstrahl. Nein, so schön ist er ja gar nicht. Wir wissen, wie das mit Bannstrahlen ist. Nee, keine Ahnung, wie ich ihn da für mich gewonnen habe. Ich hoffe durch die Qualität des Podcastes oder einer der Podcaste, die ich mache. Ja, das hoffe ich doch mal, dass es aus diesen Gründen war. Vielleicht lag es auch in den Bestechungsgeldern, die ich gezahlt habe. Man weiß es nicht. Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass irgendjemand deinen Namen noch nicht gehört hat und überhaupt keine Ahnung hat, was im Podcast-Land du denn so tust. Aber was sind denn das für Podcasts, die du machst? Ich verrate mal ein paar oder A2 eigentlich, die ich kenne, nämlich den Angegraben-Podcast und das geheime Kabinett. Ich habe gesehen, beim Angegraben-Podcast hast du 28 Episoden gemacht bei dem Geheimen-Kabinett 92. Da scheint das Bessere oder das Interessantere oder was auch immer zu sagen. Erzähl doch mal aus deinem Oeuvre. Ja, also eigentlich ist Angegraben das seriösere Format von beiden. Ich muss auch gestehen, dass es auch wieder dringend Zeit ist, dass noch eine neue Episode kommt. Die letzte kam am 9. März 2016. Ich weiß, ich weiß, so lange her. Die sind ja, die schläft. Ja, die schläft schon. Aber es ist schon wieder eine Vorbereitung. Also ich schreibe schon wieder am Text. Ich versuche nur bei denen, möglichst viel eigene Recherche auch noch mit reinzunehmen. Was sind die Themen da? Angegraben? Angegraben, sagt der Name schon. Es geht um Ausgrabung. Ich bin ja Archäologe von Beruf her und zumindest von der Ausbildung her. Momentan mache ich ja eher in ein Museum sozusagen. Aber es geht um archäologische Themen. Es geht um alle möglichen Fragestellungen, die sich so im Laufe meines Studiums, meines Arbeitslebens gegeben hat. Beispiel angefangen habe ich mit einem Zauberring, mit dem ich mal mit einem Kollegen zusammen gearbeitet habe. Lustigerweise wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte. Ich bin jetzt wahrscheinlich wieder an einem Artikel mit einem Zauberring. So einen, wo man dreht und dann kann man sich was wünschen. Dann ist dann, genau, da verschwindet man. Oh, sowas sucht das so. Erzähl mehr. Lustigerweise, wahrscheinlich ist tatsächlich die Idee von Tolkien mit dem Ring von einem römischen Zauberring hergekommen. Also in dem Fall geht es um mittelalterliche Ringe mit magischen Inschriften, die man nicht so richtig ganz gedeutet hat, was sie bedeuten. Es gibt da so ganz merkwürdige Zauberwörter, die man im Mittelalter immer wieder erfindet, ganz verschiedenen Gegenständen, nicht nur Ringen. Es gibt auch Buchstabenkombinationen, bei denen nicht so richtig klar ist, wofür die stehen, aber da bin ich jetzt gerade wieder dran an einem Stück, also jetzt von meiner Arbeit her. Mal gucken, ob ich es auch vor Podcaste, vielleicht wiederholt sich das zu sehr. Aber alle möglichen Themen, die mit Archäologie zu tun haben, ich weiß nicht, ob ich das schon spoilern soll, warum es bei der nächsten Episode geht. Da gehört ja keiner zu. Das ist in deine Hand gelegt. Also ich persönlich habe mit zwei dann kein Problem, aber ich weiß, dass das jetzt nicht so... Genau, es geht nämlich um das Thema, das Schwert in Frauenhand gehen. Also ich sage jetzt nur mal einen Titel, mal gucken, was da Reaktionen gibt. Da gibt es, glaube ich, ganz spannende neue Erkenntnisse dazu, die anders sind, als man es jetzt erwarten würde. Aber da möchte ich tatsächlich ein bisschen mehr Recherche reinstecken. Deswegen dauert es wieder ein bisschen länger. Aber es kommt, es kommt. Also der ist jetzt schon zur Hälfte fertig. Das andere, das ist eher das Spaßformat, das man auch etwas schneller, was ich auch an meinem Wochenende schaffe. Das ist dann das geheime Kabinett, das sozusagen das Ganze gegen den Strich gebürstet. Nämlich skurrile Dinge aus der Geschichte und der Geschichtswissenschaft, die es sonst nicht in die Geschichtsbücher schaffen. Denn entweder sind sie zu skurril oder zu abenteuerlich oder eben ein bisschen anstößig. Und die Historiker sind ja ein bisschen prüde offensichtlich alle. Und deswegen dachte ich mal, das ist auch ein Teil der Geschichte. Das muss man auch mal erzählen. Und daher macht es mir gerade sehr große Freude, auch diese Themen zu behandeln. Offensichtlich macht es nicht nur mir Freude, sondern auch ein paar anderen. Unter anderem auch den euch ja auch bekannten Travis. Der war ja auch zu Gast in unserer Sendung, genau. Der völlig verrückt, der nämlich dann einfach sagt, pass auf, ich übersetze mal das Ding auch in Englisch. Aha. Und deswegen gibt es das Secret Cabinet, auch im Englischsprachraum. Und man kann es dann auch hören. Er hat sich das angenommen, hat das eigentlich mal als kleines Nebenprojekt gemacht. Er wollte ein bisschen im Dolmetschen drinnenbleiben. Und so kam es dann plötzlich, dass er jetzt, glaube ich, schon die Hälfte meiner Episoden vertont hat ungefähr. Aber wo du ihn gerade schon ansprichst, wie habt ihr euch kennengelernt? Tatsächlich ist er mal in Wittenberg vorbeigeschneit. Wir haben uns da mal getroffen und über Podcasten gequatscht. Darüber habe ich ihn auch schon ein bisschen über Twitter und habe mich auch mal angeschrieben, ein bisschen kennengelernt. Und dann kam er relativ spontan in Wittenberg vorbei. Hi, ist mir. Mit Frau und... Ihr kennt ihn ja mittlerweile auch ein bisschen. Genauso spontan ist er auch. Und er stand dann plötzlich vor meiner Tür mit Frau, mit Hund. Und genau, Frau und Hund hat er dann zum Gassi gehen geschickt. Und wir haben dann über Podcasten gequatscht bis spät in die Nacht. Nee, aber seitdem haben wir jetzt eine dicke Freundschaft. Und ja, machen wir demnächst wahrscheinlich auch so ein kleines Projekt miteinander. Da verrate ich jetzt aber noch nichts, weil wir es noch nicht so richtig in Tüchern haben. In trockenen Tüchern. Wir müssen nachher nochmal zurückkommen auf den Archäologen. Mirko, aber wo wir gerade bei Travis sind. Du hast ihn vor kurzem in den USA besucht und dabei sein Auto kaputt gemacht. Warum? Weil er in dem Sendegarten so über dich hergezogen hat. Bist du da hingefahren, dass ich mach dein Auto kaputt. Ich weiß, wo dein Auto steht. Travis ist ja echt eine coole Socke. Und er hat mir einfach sein Auto überlassen, um da ein bisschen rumzukruisen, weil er selber ja arbeiten musste. Und dummerweise, was wir beide nicht wussten, das passierte wohl schon in der Woche, als wir, sagen wir mal, ein bisschen durch die Gegend gedüst sind, hat sich der Ventilator gelöst, hat dann den Keilriemen zerschreddert. Der Ventilator vom Kühler vorne? Was, den Keilriemen zerschreddert? Der hat wirklich so abgeschmörgelt, bis am Schluss noch so ein kleiner dünner Faden übrig war, der nicht mehr ausreichte. Und den hat es dann auch noch gehimmelt und am Schluss stand ich da mit einem kochenden Kühler im Nirgendwo. Und ja. Im Nirgendwo, aber das ist doch ziemlich abenteuerlich. Ziemlich, aber das hatte auch was für sich. Zumal dann am nächsten Tag, als dann der Abschlepper kam, dann auch noch im Wald. Am nächsten Tag? Das heißt, du hast irgendwo im Nirgendwo übernachtet? Ich habe dann erstmal, ja nicht im Nirgendwo, Gott sei Dank war das nicht so weit weg von der Hütte, die ich gemietet hatte. Es war nirgendwo die Hütte, aber es war trotzdem irgendwo. So ein Soschi in Afrika, in Amerika. So quasi. Und am Tag darauf trat ich dann aus diesem Hotelzimmer heraus und der Himmel war knallegelb, es fiel Asche vom Himmel. Und plötzlich stand Travis vor mir und sagte, er kam mit dem Mietwagen hinterher, wollte ich dann mit mir in die Werkstatt gehen und gucken, was da passiert ist. Aber du wusstest schon, er kommt. Ja, ja, er hat das schon angekündigt. Ja, ja, nee, nee. Und sagte aber zu mir, was hast du eigentlich draußen gemacht? Hast du geraucht? Weil der ganze Wald um uns herum stand in Flammen an drei Stellen. Tatsächlich. Aber an drei Stellen? Also wir waren in der Mitte, also ein paar Meilen entfernt, aber es war schon ein bisschen dramatisch, weil auch schon die Straßensicht gemacht wurden. Und wir guckten uns dann an und sagten, wir können nicht mehr nach Süden, wir können nicht mehr nach Westen, wir können nicht mehr nach Norden. Wo fahren wir denn hin? Die einzige Möglichkeit war tatsächlich, in den Yosemite Park zu fahren. Aber der war aber noch kaputt? Nee, mit dem Mietwagen dann. Achso, mit dem Mietwagen. Wir haben den einfach da stehen lassen. Wir haben den erstmal da stehen lassen in der Werkstatt, war er dann schon kaputt. Achso, okay. Aber wir hatten ein bisschen Sorge, ob die Werkstatt nachher noch da ist. Das sah nämlich wirklich sehr beeindruckend aus, ja. Also, nee, war Gott sei Dank alles halb so schlimm, aber den Ort Mariposa, den kennt man übrigens aus Westworld, wenn die schon mal jemand gesehen hat. Und der spielt da so eine kleine Rolle, den gibt es wirklich und der ist da ziemlich mitgenommen worden. So 149 Häuser sind da abgebrannt, also schon nicht ganz ohne gewesen da. Echt übel, übel. Aber da macht man ja, wie gesagt, wer einer eine Reise tut. Ja, kann natürlich erzählen, das sollst du ja auch. Und das Stil war dann der Yosemite, man weiß ja nicht, wie das Betriebssystem heute heißt. Das Ding mit den Bäumen und der tollen Landschaft. Nee, ist toll, also wer mal da hinfährt in die Gegend, das sollte unbedingt da in diesen Nationalpark, das ist wunderschön. Riesige Steilwände, also eine Steilwand mit einem Kilometer Höhe. Ja, das ist die höchste der Welt? Ich glaube, es gibt noch höhere, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist schon ordentlich hoch, ja. Und wirklich wahnsinnige Landschaft. Leider völlig überlaufen, gerade derzeit. Selbst mit Waldbrand, will gar nicht vorstellen, wie es dann aussieht, wenn da kein Waldbrand ist. Aber da kann man zelten, da kann man wohnen, alles mögliche. Also man muss wahrscheinlich Jahre hinweg, muss man das vorher bestellen. Aber man kann da ewig wandern, man kann Free Climbing machen. Die machen Free Climbing an dieser einen Kilometer hohen Felswand. Die meinen dann auch wirklich free, ne? Die meinen wirklich Free Climbing, da ist nichts hinterher. Ich frage mich sowieso, wie die da oben an der Wand bleiben. Aber ja, beeindruckend. Allein schon zuzusehen, macht schon Spaß. Oder Angst. Oder Angst oder beides, ja. Um das fremde Leben sozusagen. So ist das, so ist das, ja. Wie lange warst du da, wie viele Tage? Zwei Wochen. Einfach mal ein bisschen vorbeischneiden, ein bisschen vorfahren. Ja, das wäre die Frage, aus welchem Grund fällt man, macht man diese lange Reise? Einfach mal ein bisschen wegkommen. Ich komme mal vorbei, Travis. So ungefähr. Ne, ich hatte jetzt seit zwei Jahren. Sag es, er war ein verrückter Hund. Du bist doch genauso. Jetzt, wo du es sagst. Ne, also es war einfach mal Zeit. Ich musste mal irgendwie einen Urlaub machen. Und ich war jetzt drei Jahre lang nicht mehr im Urlaub wegen einer Ausstellung, die ich vorbereitet hatte. Die jetzt läuft in Wittenberg. Drei Jahre Vorbereitung für eine Ausstellung? Ja, durchaus. Bis das mal alles da ist. Wir haben riesige Kunstschätze da angekarrt. Also wir haben Caspar David Friedrich, wir haben Edvard Munk, wir haben, das ist vielleicht noch das spannende für euch vielleicht noch, das zerstörte Board von Edward Snowden, auf dem die Daten, seine Daten gelegen haben. Oha. Der dem Guardian zugebracht hat. Das kann man bei uns sehen. Wie ist das zerstört worden? Mit einem dicken Hammer oder durchgebohrt? Das ist ganz lustig. Also Edward Snowden hat ja dem Guardian, der britischen Tageszeitung, seine Daten zur Verfügung gestellt. Ja. Und die hatten da angefangen, das auszuwerten. Und dann kam Klingels an der Tür und Herren in Schwarz mit Ohrsteckern kamen vorbei und sagten, das müssen sie jetzt leider zerstören, physikalisch. Ich habe das, glaube ich, gelesen. Ja, ja, das ist eine völlig irre Story. Die Menschen vom Guardian sagten, das bringt aber eigentlich nichts, weil das Zeug liegt schon in der Cloud. Also das können wir gerne machen, aber da haben sie nicht viel von. Trotzdem wollten sie es haben. Tatsächlich gibt es dann so Bilder mit jemandem mit einer Schweißerbrille und einem Hammer und einem Meißel, wie er diese Geräte zerstört, weil die Daten dann physisch zerstört werden sollten. Eine symbolische Exekution. Symbolisch hat schon was von Bildersturm, insofern passt das eigentlich auch wiederum schön zum Thema Luther, das wir ausstellen. Und der Legende nach sollen dann die Herren gesagt haben, okay, dann können wir die schwarzen Hubschrauber jetzt wieder zurückziehen. Sonst wäre der Guardian bombardiert worden, oder was? Ja, was immer was. Nein, nein, wirklich, aber es war schon sehr skurril, diese Geschichte, ja. Normalerweise würde man sowas ja ins Extreme überhöhen, um es lustig zu machen, aber das entfällt ja eigentlich, weil da bleibt einem ja das Lachen im Halse stecken. Es ist eigentlich absurd, aber es ist halt nur... Bist du denn der Kurator von der Ausstellung jetzt? Ich bin einer der Kuratoren, ja. Wir haben vier Stück, sehr viele Häuptlinge, wenig Indianer. Aber es hat sich ganz gut so ergeben, weil wir auch von unseren Fachdisziplinen sehr unterschiedlich waren. Wir hatten eine Szenografin, wir hatten Kunsthistorikerin, wir hatten einen Theologen, natürlich bei dem Thema Luther, und mich als Archäologen und Historiker. Es gibt auch ein paar archäologische Stücke, also es gibt auch Ausgrabungen an den Lutherhäusern. Da gibt es auch einen Podcast zu von mir, vom Angegraben, wo ich ein bisschen darüber erzähle. Das stellen wir aus und stellen das ein bisschen in diesen Kontext. Was ist eigentlich vor 500 Jahren los gewesen beim Thesenanschlag? Was hat Luther überhaupt dazu gebracht, die Thesen anzuschlagen? Was ist so sein Hintergrund? Und was passiert in den nächsten 500 Jahren mit seinen Ideen? Das ist so die Idee, wo sind Leute von ihm beeinflusst worden und wo sind sie vielleicht auch von ihm abgestoßen worden. Also wir haben nicht nur positive Gestalten darin, sondern wir setzen Luther nicht irgendwo auf den Sockel, sondern wir zeigen ein bisschen die Meinungen, die man zu Luther haben kann. Also positiv wie negativ. Okay, nicht weil deine Geschichte uninteressant ist, sondern aus technischen Gründen müssen wir eine kurze Pause machen. Das ist auch nicht lange. Genau. Naja, Ausreden, Ausreden. Nein, nein, Ausreden, Ausreden. Nein, nein. Okay. Mir wurde eine Nachricht zugesteckt, dass der Stream irgendwie hängt und der Sebastian muss den eben neu starten. Ey, bitte. Der eine große kennt den anderen großen, ist ja völlig klar. Ach so, genau. Ja, die sind ja auch körperlich beide groß, ne? Insofern passt das. Beide nicht. Der eine ist eher... Leider hat es klein. Untergroß. Von der Masse sind sie sich ähnlich. Ja, okay. Oh, das darf ich nicht sagen. Ich glaube, das wird ja das. Wenn man Höhe und Breite zusammen addiert. Verdammt. Einmal, wenn der Stream aus sein könnte. Sebastian prüft gerade die technischen Daten. Ich hörte letztens... Wir können weitermachen. Aber wo das jetzt gerade so ein schöner Break ist, ich dachte mal, wenn mir schon im Sendegarten persönlich eingeladen wird, dann muss man natürlich auch ein kleines Gastgeschenk mit auf die Gartenbank bringen. Oh nein. Ich dachte mir, was bringt man mit Passendes? Was ist das? Ähm, das ist... Was ist das? Du musst es selber lesen. Was ist das? Einhornbier Zwönitzer? Zwö? Zwönitzer Einhornbier. Zwönitzer Einhornbier. Das letzte seiner Art. In pink. Also, meine Damen und Herren, wir haben hier vier Bierflaschen auf dem Tisch. Und das ist Zwönitzer Einhornbier mit einem pinken Aufkleber drauf. Und das Einhorn hat ein großes und ein kleines... Es sieht wirklich so aus. Es kostet... Es soll einen Regenbogen kotzen, glaube ich. Ist das so gedacht? Naja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon böse Dinge darüber gehört. Ich weiß nicht, ob es schmeckt, aber... Das letzte seiner Art ist ein Bier-Mischgetränk bestehend aus 98% Zwönitzer Weißbier, Wasser, Gerstenmals, Weißenmals und Hopfen und 2% Getränkesirup mit Himbeergeschmack. Wow. Also, weil wir haben Berliner Weiße mit Schuss oder sowas, ne? Ja, das könnte so sein, ja. Also, man kann es auch so ins Regal stellen. Also, interessant wäre ja, dass wir das jetzt quasi... Wir können es natürlich verkosten. In Hiroshima. Wo wir schon zu kurz sind. Ich kriege es schon gezeigt. Alles nur das nicht. Man sieht es ja nicht, wenn du es nicht tust. Also, ich bin im Moment... Ich habe es vor gestern gesagt, kein Alkohol. Aber das sieht so absurd aus, dass ich... Ja, einfach mal mit so einem Geschmack... Ja, dass ich das echt... Mal testen. Es ist auf jeden Fall ein Blickfang. Ja, das sollte man vielleicht so lassen und ins Regal stellen. Aber eigentlich ist es doch viel schöner. Also, ich würde tatsächlich... Ich würde mal probieren wollen. Später hin, bitte. Hat jemand einen Kapselheber irgendwie? Sowas besitzt sie natürlich nicht. Warte mal. Die Technik macht sie gerade. Die Technik zeigte gerade. Sebastian ist uns gerade abhanden gekommen. Der ist am... Oh, da kommt was. Ah, die Fachfrau. Becky hilft. Genau, Becky. Ich scheitere schon am Karton. Der ist noch nicht alt genug. Sonst hättest du... Wenn der jetzt 100 Jahre alt wäre, dann hättest du kein... Dann hätte... Da kommt auch ein Öffner. Dann wüsste ich da, wie ich damit umgehen müsste. Ah, ja, ja. Das ist ja für... Dankeschön. Mensch, ja. Danke auch. Becky. Ich nehme auch dann eins. Sebastian, du auch so? Das sind immer die besten Geschenke, bei denen wir selber partizipieren. Gut. Lass, du bist nicht böse, wenn wir dann einfach hier auf dein Wohl trinken. Nein, auf. Dann stellen wir nochmal hier hin. So lange nicht auf mein Wohl das tut, was das Einhorn da tut. Du kannst es ja ins Regal stellen, aber ich muss das jetzt einfach mal hier... Das ist echt grell. Ich glaube, es ist noch nicht zu sehr durchgeschritten. Es hat ein bisschen Zeit gehabt, sich wieder zu erholen. Ja, ist okay. Sollen wir tauschen? Ja, bitteschön. Bitte sehr. Dann mal vorgegen leer. Vielleicht müssen wir noch ein Foto machen davon. Können wir das noch vertwittern? Bestimmt. Hat einer von euch gerade Twitter am Start und könnte mal ein Bild vom Einhorn, vom Zwöhnnitzer Einhorn, was es schon seit 1997 gibt, machen? Hat einer gerade Twitter am Start? Genau, die Becci, unser, wo ist es denn? Ach, da ist das Vögelchen. Guck mal. Ah, ich warte, ich warte, ich warte. Ganz herzlichen Dankeschön. So. Ja, dann zum Wohlsein, wir werden es brauchen. Mut, Mut. Oh, es riecht auch schon übel. Ach, du Scheiße. Okay, wir haben es getan. Wir haben Zeugen. Haben wir davon auch ein Foto von Martins Gesicht? Ach, das ist eine Herausforderung. Das ist durchaus eine Herausforderung. Angeblich ist der zweite Schluck ja besser. Ja. Ach, ja, es ist lecker. Total. Aber beschreibe dein Erlebnis. Genau. Bluffig im Abgang. Es macht ganz vorne auf der Zunge, macht es wie so eine Wolke, so push. Also es ist, der restliche Mundraum ist eigentlich unbeeindruckt. Also die Zähne kleben aufeinander. Vorne geht so eine Wolke auf und man hat so eine ganz dicke, fruselige Zunge. Okay. Ganz lustig. Ganz lustig. Aber vielleicht im Laufe des Abends. Wir müssen nur gucken, dass hier keine in Sekten hier reinkommen. Sonst könnte das noch mit der Krankenversicherung, die Sebastian abgeschlossen hat, hier nochmal ernst werden. Apropos ernst werden. Zurück zu Luther. Also Luther ist das verbindende Element eurer Ausstellung. Ihr wollt also zu diesem besonderen Jahr, wir haben ja 2017 einen. Genau, richtig. 500 Jahre Thesenanschlag. Und wir haben so eine gewisse Verpflichtung, weil es natürlich in Wittenberg stattgefunden hat. Wenn es denn stattgefunden hat, das wird auszuführen wahrscheinlich zu lange dauern. Wenn es stattgefunden hat, gibt es Zweifel daran? Ja, ja, durchaus. Wurde das schon verfilmt? Ja, ja, sicher. In jedem Film taucht es einmal auf. Aber es ist die Frage, ob es wirklich so stattgefunden hat, wie man es in Filmen kennt. Also bestenfalls hat es dann der Hausmeister der Universität getan, nicht Luther selbst. Aber im schlechtesten Fall hat es gar nicht stattgefunden. Aber immerhin, wir wissen, am 31.10.1517 hat die Reformation begonnen. Und Luther war schon der treibende Kopf. Und Luther war derjenige, der es getan hat und auch die 95 Thesen. Ich habe sogar jetzt ein Exemplar entdeckt, das vermutlich die erste... Wie gibt es da Nähe davon? Ja, es ist gedruckt worden. Es gibt drei Druckreihen davon. Zwei sind Nachdrucke. Und wir konnten jetzt dann das Exemplar identifizieren, das ganz am Anfang stand. Also aus dieser Druckreihe heraus würde ein Exemplar an der Schlosskirche angeschlagen worden sein, hätte können, dürfen, müssen. Also ihr habt die Löcher gefunden, wo die Pins sozusagen... Also wir haben zumindest aus derselben Druckreihe. Da sind ja wahrscheinlich ein paar entstanden. Wahrscheinlich so 50 Exemplare hat Luther drucken lassen, weil er sie auch noch an Freunde und andere Kollegen verschicken wollte. Und das wäre jetzt ein Exemplar gewesen, das hätte angeschlagen worden sein können. Genau, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Das wissen wir deswegen, weil wir tatsächlich dieses eine Exemplar, das wir gerade ausstellen, auch mit einer Person verbinden können, der Luther das auch kurz nach dem Thesenanschlag zugeschickt hat. Also wir sind mal relativ sicher, dass das so gewesen sein muss. Und ist dann so, die Verbindeklammer ist dann so sozusagen Querdenken und Dinge in Frage stellen oder Neudenken oder sowas. Genau, das ist ja... Weil wenn ich jetzt Snowden und so nehme, das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen aus dem... Ja, also quasi mal innezuhalten und vielleicht nochmal nachzudenken, so Impulse zu setzen oder so. Ne, das macht ja Wissenschaft aus, also dass man Dinge immer wieder hinterfragt, auch das, was man glaubt zu wissen, hinterfragt. Immer wieder mal schauen, was haben wir überhaupt an Grundlagen dafür, dass wir das glauben, was wir glauben oder dass wir zu wissen glauben, was wir glauben. Und das finde ich auch das Faszinierende an Geschichte und an Archäologie, dass wir immer wieder unser eigenes Weltbild wieder neu schaffen. Und die Grundlagen, auf denen wir uns sozusagen bewegen, immer wieder hinterfragen müssen. Und ja, das macht Spaß. Also schön ist, dass es dann auch Leute gibt, die sowas dann sozusagen auch bezahlen. Ja, ja, natürlich. Das ist eigentlich ja, ich sage immer, ein großes, tolles Hobby und das ist ganz toll, dass es Leute gibt, die das bezahlen und die es danach auch sehen oder hören wollen, was man da tut. Das wäre im Podcast ja auch nicht anders. Also es ist off-topic. Es hat noch mit dem Einhornbier zu tun. Achso, die Twitter-Wall sagt, du bist ein schlechter Lügner. Ich bin ein schlechter Lügner? Ja, mit dem Hashtag Einhorn-Plörre. Einhorn-Plörre. Ich bin ein schlechter Lügner. Wie das genau gemeint ist, weiß ich nicht, aber steht da. Wahrscheinlich, dass es genossen ist. Die Lara macht immer kryptische Hinweise, das ist ganz klar. Das kennen wir nicht anders. Jetzt habe ich sowas so zugemacht, dass ich nicht wieder aufkriege. Das ist vielleicht doch besser so. Ja, das ist wie bei Marte. Man muss einfach sich durchtrinken. Habe ich das richtig wahrgenommen, dass in diesen deinen Händen du das Original-Testament von Luther gehalten hast? Ja, habe ich jetzt vor zwei Wochen. Ist gerade gekommen, und zwar mit einem größeren Propanz. Da kamen dann also ungarische Abgeordnete und es kam dann auch unser Ministerpräsident, der das dann eigenhändig einbauen wollte. Wir haben einen etwas sehr enthusiastischen Ministerpräsidenten in der Hinsicht. Passen Sie es nicht an, was das? Doch, er hat ein bisschen Erfahrung, er hat jetzt auch Handschuhe. Aber das wollte er sich nicht nehmen lassen. Er ist ein großer Luther-Fan und deswegen war er auch viel Presse sicherlich da. Richtig, genau. Und die freut sich natürlich über solche Bilder immer wieder. Was wir ihm nicht erzählt haben, dass wir es danach wieder richtig eingebaut haben. Was heißt einbauen bei euch? Also das heißt einbauen, das heißt in die Vitrinen einbringen. Wir haben Spezialvitrinen, die klimatisch gesichert sind, damit also die Außenfeuchtigkeit, die Temperatur nicht das Stück selber beeinträchtigen. Licht vor allem ist ja ein großes Problem bei Papier. Und da ist es dann so, da kriegt das Stück auch eine sogenannte Buchwiege oder eine Liege, in der das Ganze liegt. Also damit das nicht wegrutscht, damit es einen richtigen Winkel hat. Wie eine Krippe sieht das aus manchmal, damit das dann auch so einen kleinen Winkel hat. Damit man das auch gut sehen kann. Und damit vor allem das Papier nicht zu sehr geknickt wird, wenn man es aufklappt. Also bei Büchern passiert das ja manchmal, wenn es zu weit aufklappt, dass der Rücken kaputt geht. Das geht beim Papier natürlich auch, wenn man das zu weit aufmacht. Da gibt es halt gewisse Vorschriften von den Leihgebern, wie man das darstellen darf. Und da müssen wir natürlich immer entsprechend basteln, dass das da passt. Da besteht aber kein Zweifel an der Echtheit. Das ist vollkommen echt. Wir haben sogar noch mal die Gelegenheit gehabt, das ist ja auch toll, wenn man sowas mal in der Hand hat, dass man dann auch noch mal das Wasserzeichen angucken kann. Und da haben wir auch mal gesehen, das passt ganz gut eigentlich zu diesen sächsischen Wasserzeichen, die wir aus der Zeit kennen. Also das ist ja handgeschöpftes Papier. Und das macht man dann so, dass man das eben auf diesen Sieben herstellt, die dann mit entsprechenden Wasserzeichen schon prepariert sind. Und dann kann man wunderbar die verschiedenen Papiermühlen zuordnen, in denen diese Stücke entstanden sind. Ja, also das ist ja überhaupt, unser Publikum heute steht ja unter dem Motten, nur die Harten kommen in den Garten. Also deswegen sind sie ja auch hier. Aber wir können auch sagen, nur die Zarten kommen in den Garten. So, was sagt denn Pottenbrummen inzwischen? Potnisse. Die Potnisse, ja, bitte was? Will ein Bändchen. Will ein Bändchen. Die Potnisse, wo ist die denn? Vanillashie, Kopfschlattel, Umedien. Ströme, ein Regenzelt aufbauen, ja, ist auch du. Ah, da, Umedien, ja, Potnisse, die Twitter-Wolzmann-Hahn-Serie. Ja, hat jemand einen Tropfen Mate für mich? Sollte bis Sonntag reicht. Einen Tropfen, ja, natürlich, einen Tropfen. Die braucht ja nicht so viel. Mate, habe ich nicht einhorn, wie wir jetzt. Das ist aber schon ein bisschen obskur, wem die Potstock-Hornisse so alles folgt. Echt? Ja. Bändchen gibt es nur gegen das Kennen-Q-Herkurt, genau. Genau, ich weiß das, wie das war. Hier, hier ist der Opener. Ah, der Opener. Das heißt, wenn du zur Flasche greifst, heißt es, das Problem ist gelöst. Ich bin verzweifelt genug, dass ich jetzt Alkohol brauche. Das Problem ist gelöst? Das Problem ist gelöst, ja. Die Ursache ist noch unklar, aber wir haben... Did you, wie war das noch, switch it off and on again? Ja, aber auf die harte Tour. Also, wir mussten das Projekt neu anlegen. Also, das Projekt lässt auf dem Master-Out von Reaper nichts mehr raus. Okay. Das hat uns nicht ausgelassen. Also, wir müssen alle nochmal zurückfahren und wieder herkommen, oder? Ja. Nee, also, wir mussten ein neues Projekt anlegen, tatsächlich. Aber anscheinend kann man das reproduzieren. Das heißt, das ist ein schöner Bug, den man mal nachvollziehen kann. Okay. Das heißt, das nächste Projekt endet jetzt auch wieder im Nichts irgendwann und lässt sich nicht fortführen. Du hast es ja jetzt neu gestartet. Ja. Weil du sagst, das Problem lässt sich reproduzieren. Mit dem Neustart reproduziert sich das jetzt auch wieder? Nein, nein. Nur mit der alten Projektdatei. Ah, okay. Also, ich habe ein neues Projekt anlegen. Ach so, ah, okay. Man kann immer wieder zuverlässig das nicht funktionieren. Mit dem alten Projekt kann man das nicht funktionieren, tatsächlich testen. Und jetzt willkommen im Studio links. Es tut mir so unheimlich leid, dass ich das nicht sofort gesehen habe. Ja, aber wir waren ja im anderen Stream live. Also, insofern habt ihr vielleicht im Videostream so lange gehört. Aber jetzt könnt ihr auch das zurückwechseln, wenn ihr euch auf nur Audio konzentrieren wollt. Und in der Aufnahme ist sowieso alles gut. Ja, also macht weiter und Prost. Okay, dann auf die Fehlerkultur. Ich will leben. Einer muss ja... Es riecht komisch. Einer muss den Garten hinterher sauber verlassen. Es riecht komisch. Direkt aufs Gesicht zu. Das ist eher so Berliner Weiße mit Schuss. Ah, das ist ja Himbeergeschmack. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie komisch, ja. Aber... Also, kauft mehr davon. Unbedingt. So, Mirko, wir dürfen wieder, Sebastian. Ja. Was bringt einen Menschen, einen jungen Menschen, der zukunftsorientiert ist, der technikfreundlich ist, dazu, Archäologe zu werden? Ähm, gute Frage. Ich glaube, das war bei mir irgendwie eine fixe Idee, die ich schon immer hatte. Also, wahrscheinlich so direkt vom Sandkasten, Schäufelchen direkt zum Spaten. Das war kein weiterer Schritt bei mir. Echt? Ja. Also, ich hatte diese Gedanken schon immer. Also, ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert, schon als kleiner Buhr. Und bin auch, ja, schon zu Schulzeiten bei einem Ausgrabungsprojekt dabei gewesen. Ich auch. In der archäologischen Arbeitsgemeinschaft Bergruine Isenburg in Hattingen. Schön. Bergruine Isenburg. Cool. Ja. Was habt ihr gefunden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe weite Teile meiner Jugend einfach vergessen. Die sind komplett weg. Nur eine Situation kann ich mich noch erinnern. Und zwar war meine Aufgabe, so eine kleine Steinmauer mit den Natursteinen, die da so waren, wieder so herzustellen, so mit Mörtel. Und irgendwo lag da so ein großer Ziegelstein. Den habe ich einfach genommen, weil er ganz gut hereinpasste. Und dann kam dann der Leiter der Anlage und hat das erzürnt alles wieder eingerissen. Wie könnte ich denn da nicht altes Material verwenden? Da war ich ein bisschen gebügelt. Also ich hatte mir so viel Mühe gegeben mit der Mauer und dann hat es einen eingerissen. Das war ja nicht gut. Die haben das ja durchaus auch so gemacht. Die haben mit neuerem Material geflickt. Also wenn man so alte Mauern anschaut, das ist genau so passiert. Genau, so ist das ja. Das wäre authentisch gewesen. Nee, also insofern, das hat sich bei mir sehr früh abgezeichnet, dass ich das machen wollte. Habe es dann auch gemacht, obwohl mir alle davon abgeraten haben, nach dem Motto, du findest nie einen Job. Ja, was willst du damit? Was willst du damit? Ist doch schon alles gefunden worden. Genau, keiner will Dinosaurier sehen. Ach Quatsch. Alles Dinge, die ich schon gehört habe. Keiner will Dinosaurier sehen? Mit Dinosauriern habe ich sowieso nichts zu tun. Alle Menschen haben doch eine Phase in ihrem Leben, wo sie jeden Dinosaurier auswendig kennen, oder nicht? Jetzt ja, früher wohl nicht so sehr. Aber naja, gut. Jedenfalls habe ich mich dann doch durchgebissen und merkwürdigerweise habe ich auch einen Job gekriegt. Durchgebissen, also war auch schon zwischendurch mal ein bisschen trocken. Ja, durchaus. Also manchmal hat man schon so Phasen, wo man denkt, was machst du hier eigentlich? Hättest du was Anständiges gelernt? Müsstest du jetzt nicht hier im Dreck stehen, bei Regen. Aber nee, aber es ist einer der tollsten Berufe, die man haben kann, finde ich jedenfalls. Und macht großen Spaß. Und auch wenn ich jetzt nicht leider direkt grabenderweise momentan mein Geld verdiene. Aber hast du schon mal gemacht, auch so richtig? Ja, das musst du ja. Aber wenn du im Studium bist, du verpflichtet hast, dass du Praktika machst im Feld, wie wir sagen. Und tatsächlich auch dann an diversen Orten. Ich habe mehr Praktika gemacht, als ich musste, weil es einfach eine tolle Sache ist. Auch ein bisschen Geld verdienen. Eine der Methoden, wie man als Archäologenstudent ein bisschen zu Geld kommen kann, ist natürlich bei Grabungen mitzumachen. Und wenn man ganz viel Glück hat, werden die auch bezahlt. Ja, also tolle Sache. Ich war jetzt schon in vielen Ausgrabungen in Deutschland natürlich, aber auch mal in England. Ich habe ein bisschen kompliziert. Ich habe mit dem Schloss mitgegraben, in dem angeblich König Arthus gezeugt worden ist. Nein, habt ihr Spuren davon gefunden? Nein, benutzt das Konop. Nein. So genau, wo wir es gar nicht wissen. Nein, jedenfalls, nee, spannende ist eigentlich nicht die Geschichte mit Arthus. Die ist da irgendwie später dazugekommen. Spannende ist, dass da Spuren einer Anlage des 5. und 6. Jahrhunderts existiert. Spätantik, der dann also offensichtlich noch römisches Leben weitergeht. Die können noch römische Schriftzeichen, also die haben leider nicht in unserer Kampagne. Im Jahr davor haben sie ein Stück Stein gefunden mit einer lateinischen Inschrift drauf, was also wirklich erstmal sensationell war, weil nämlich da eine Buchstabenkombination drin vorkam, die nach Arthus aussah. Ja, da ist die Yellow Press da natürlich etwas in die Decke gegangen. Aber die... Da steht es doch. Da steht es doch, genau. Arthus knu steht doch drauf. Die Deutung ist immer noch nicht so ganz einheitlich, aber wahrscheinlich hat es einfach mit dem lokalen Vornamen zu tun. Arthus ist so ein ganz typischer Vorname für Cornwall, beziehungsweise ein Teil des Namens. Das heißt einfach nur Bär, also insofern ist das jetzt nichts so Ungewöhnliches, dass man irgendwann seinen Namen da geschrieben hat als Schreibprobe. Aber es war trotzdem spannend und völlig irre. Also wenn man mal da hinfährt, das Tintagel, Cornwall, wenn man mal in dem Land ist, das ist so wie rosamunde Pilcher, nur ohne Ton. Das ist also sogar ansehenswert. Und wenn man da gerade in Tintagel ist, das ist ein fantastischer, richtig magischer Ort. Direkt am Meer, so eine kleine Halbinsel, so mitten in den Fluten, das ist wahnsinnig schön. Und wie gesagt, da gibt es immer eine ganz spannende archäologische Ausgrabung dort. Und man kann auch dort jetzt die Überreste dieser ausgegrabenen Strukturen ganz gut angucken. Ist der Begriff magischer Ort nur eine Metapher oder ist das, kann man da wirklich was, oder spürst du wirklich was an diesem Ort? Ich nicht, aber es gibt Leute, dadurch, dass natürlich der Ort mit dem Arthus verbunden ist, findet man da sehr viele Esoterikläden vor Ort. Und man kann sich dann auch da irgendwelche Steinchen und sowas kaufen und die Tafelrunde von König Arthus angucken und sowas. Nee, also das ist, da bin ich jetzt überhaupt nicht gläubig, aber ich kann verstehen, warum Leute an diesen Stellen dann irgendwas empfinden können. Also das könnte ich dachten ziehen. Ich dachte jetzt weniger so an gläubig, sondern dass man sagt, der Atem der Geschichte. Also das ist wirklich die Stelle, an der das passiert ist, was man eben schon ganz oft gelesen hat und was eben in den alten Quellen berichtet wird. Sodass man wirklich am Ort des Geschehens ist. Die Erde atmet die Geschichte aus. Manchmal gibt es ja so. Da gibt es Momente, also wenn du dann da oben stehst, es kommt der Nebel vom Meer her, über dir schweben, steht direkt über dir so ein Sperrbar, wo du denkst, der bewegt sich überhaupt nicht, der steht einfach nur so im Wind. Das waren so Momente, wo du auch denkst, okay, hier ist irgendwie ein ganz besonderer Ort, wo du wirklich Geschichte atmet. Also das schon. Also weil einfach die ganze Szenerie, die ganze Situation, du kennst natürlich den Hintergrund, du weißt, was da alles passiert ist in dieser Ecke. Es gibt ganz irre Funde da. Also wir haben da beispielsweise ganz späte Drehscheibenware, also römische Drehscheibenware, das ist dieses Terra Sigillata, was man kennt. Drehscheibenware? Drehscheibenware, das ist auch mit der Drehscheibe, auf der rotierenden Drehscheibe gemacht. Das nennt man dann Drehscheibenware. Ach so, so Töpfer, Töpfer, Töpfer. Genau, die Archäologen haben natürlich auch so ihre Fachausdrücke. Das wird damit gemeint. Und da gibt es noch ganz späte Terra Sigillata, dieses ganz rote, leuchtend rote Geschirr, das von Nordafrika importiert worden ist dorthin. Und das findet sich nur dort, nur der Stelle in Kornwell. Keiner weiß so richtig, warum. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant, wie das da hinkommt. Und da gibt es halt viele verschiedene Theorien, wie man dann sich da zusammenreinen kann. Bist du ein begeisterter Spieler, zum Beispiel Puzzle-Spieler? Ähm, man muss es werden. Also, sagen wir mal so, ich war halt eigentlich, bei richtigen Puzzles hatte ich nie richtig die Geduld dafür. Aber archäologisch Puzzles ist noch was anderes. Es wird so ein bisschen Ehrgeiz, man könnte doch noch eine Scherbe finden, die passt. Weil man hat ja eben ein Puzzle, das nicht nur aus einem Puzzle-Spiel besteht, sondern man hat ein paar tausend Puzzle-Spiel auf einmal. Und man hat wahrscheinlich von jedem Puzzle-Spiel vielleicht so ein paar Scherben überhaupt. Man hat nie einen vollständigen, selten mal einen vollständigen Topf da. Und das Zeug dann zusammenzufinden, das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung. Aber ich kenne das auch, man hat dann so einen ganzen Tisch, da bereitet man dann diese ganzen Scherben auf, die man gewaschen hat, sortiert hat nach verschiedenen Keramik-Sorten, nach Größen vielleicht auch noch. Und dann jedes Mal, wenn man dran vorbeikommt, die könnte doch passen. Ach so, das ist nicht, man setzt sich nicht acht Stunden dann dahin und versucht, dass du... Gibt es natürlich auch, also wenn es Regentage gibt, so ist wie jetzt, wo du nicht arbeiten könntest. Also wir sind so ein relativ Tafel neben, also wir arbeiten da manchmal auch bei sowas. Aber manchmal ist es einfach nicht hilfreich, bei Regen zu arbeiten, weil du deine Unterlagen werden nass, denn du musst dir alles dokumentieren. Du greifst ja nicht einfach vor dich hin. Die Hauptaufgabe ist tatsächlich, alles zu dokumentieren, alles so nachher wiederholbar zu machen oder wieder einsehbar zu machen, was du gemacht hast. Und das ist natürlich vor allem mit Aufschreiben, das ist aber auch mit Zeichnen zum Teil, Fotografiearbeiten etc. Mittlerweile nimmt man ja selbst so Sachen wie Drohnen und sowas zur Hilfe, um dann Fotos von oben machen zu können. Also diese Dinge, die müssen einfach gemacht werden und das verträgt sich nicht immer mit Regen. Und daher gibt es also auch Tage, wo du dann nur in der Grabungshütte oder im Bauwagen sitzt oder wo auch immer du gerade untergekommen bist und dann Schaben wäschst oder sortierst oder eintütest oder beschriftest oder sonstige Späße machst, die eigentlich nicht so spannend sind, aber die natürlich auch gemacht werden müssen. Und dann, wie gesagt, dann gibt es immer so Momente, wo du dann einfach was ganz anderes machen willst, dann kommst du wieder vorbei an diesen Schaben und denkst, vielleicht finde ich doch noch was. Und diese Momente kenne ich auch, wo man dann auch spannende Sachen manchmal findet. Also wenn es gerade zum Beispiel Dinge sind, wo irgendwas draufsteht oder es sind irgendwelche Bilder drauf und wo du dann merkst, oh, da könnte das und das draus werden. Also bei Ofenkacheln beispielsweise, das habe ich jetzt öfters mal gehabt, wo du dann die Bilder so langsam zusammensitzt und dann erkennst, ach, da ist ja doch was mit gemeint. Das ist ja gar kein Fuß, sondern das ist der Kopf von da drüben und sowas mehr. Also das macht dann schon Spaß. Das kann ich mir vorstellen, ja. Wäre das denn nicht, einfach mal so ein bisschen technisch gedacht, wäre das denn nicht auch eine Anwendung für so 3D-Scannen und dann soll der Rechner also mal probierend einsetzen? Jaja, das Problem ein bisschen, weil es 3D ist, weil du natürlich nicht nur Plan hast, sondern natürlich auch irgendwie. Aber soweit ich weiß, wird das auch schon versucht. Also man hat das soweit ja mal gemacht für die gestredderten Daten der Stasi-Unterlagen. Da hat man sowas schon mal probiert. Genau, das habe ich nämlich, das ist das, was mich gerade so mitbringt. Richtig. Ich meine mich jetzt dunkeler in den Sinn, das ist auch schon mal probiert worden. Aber da wird viel gemacht. Also wir machen mit 3D-Scannen und viel anderem. Oftmals brauchst du auch nicht unbedingt alles zusammenpuzzeln. Meistens reicht es ja schon, dass du die Form erkennst. Das reicht manchmal schon eine Scherbe, dass du weißt, ah, das ist jetzt der und der Topf, das ist der Durchmesser. Da kann man schon an einer Scherbe aufgrund der Krümmung sagen, um was genau es sich dabei handelt beispielsweise. Dann brauchst du auch nicht alles puzzeln. Aber man macht es dann doch mal ganz gerne. Den Rest kann man ja auch mit einem 3D-Drucker mal eben erzeugen. Also das fehlende Stück. Gibt es, gibt es auch. Ja, echt? Wird auch schon gemacht. Ja, ja, klar. Also es gibt alles. Mittlerweile kann man benutzen alles, was wir können. 3D-Drucker werden genommen. Ist das denn nicht irgendwie verpönt dann? Nee, nee. Also gerade für, wir brauchen es natürlich nicht unbedingt immer. Das ist natürlich auch mal eine Kostenfrage, eine Zeitfrage. Aber wenn du zum Beispiel was ausstellen möchtest, dann bietet es sich ganz gut an. Also ich kenne zum Beispiel bei einer Grabung in Afrika ganz großes Problem, sie hatten eine zerstörte Reliefwand und die wollten die gerne ausstellen und haben dann tatsächlich, weil die sonst nicht zusammenzusetzen war, haben sie die fehlenden Stücke rekonstruiert, haben sie dann eingebaut und haben dann gleich noch eine Halterung dafür ausgedruckt. Also es ist ganz perfekt. Man kann es direkt von der Grabung ins Museum bringen und da zusammenstellen und hast dann sogar schon einen Ständer dafür. Das ist manchmal sehr praktisch, ja. Super, klasse. Okay, du bist also dann irgendwann mal Archäologe geworden und dann hast du zum Mikrofon gegriffen und gesagt, ich mache jetzt darüber Podcast. Ja, genau, das ist so gekommen. Also ich habe, es gibt mehrere Gründe. Also eine Geschichte war, dass ich eine lange Erkrankungsphase hatte mit meinen Augen, nichts machen konnte und dann irgendwann angefangen habe Podcasts zu hören, weil ich irgendwie Radio nicht mehr ausstehen konnte mit den fröhlichen Morgenmoderatoren. Das konnte man irgendwann nicht mehr ertragen und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie habe ich mal was vom Podcast gehört, das könnte ich doch mal probieren, was das ist. Und irgendwann passiert es ja vielen von uns so, vom Hörer wird man irgendwann zum Macher und dann dachte ich, worüber kannst du denn erzählen? Über Podcasts. Über Podcasts, ja klar. Ja, okay. Ich glaube, das Bier wirkt schon wieder. Das wirkt, genau. Nee, über Archäologie könnte ich doch ein bisschen was erzählen und dann hat sich das Ganze bei mir auch ein bisschen verstetigt, weil ich mehrfach mal auf Reporter gestoßen bin und da würde ich jetzt, glaube ich, eine große Kiste aufmachen. Aber Wissenschaftsjournalismus ist immer so eine etwas schwierige Geschichte geworden. Es gab früher mal gute Wissenschaftsjournalisten, die werden immer weniger, weil viele Redaktionen jetzt sagen, brauchen wir nicht mehr, müssen nicht. Das kann doch der Lokalreporter auch machen. Der kann doch über die Grabung erzählen. Und das Ganze ist auch ein bisschen dadurch erleichtert worden, dass die Grabungs-, also die Leute, die graben, die Denkmalämter und so weiter, dass die auch schon gemerkt haben, es hilft viel zu machen, viel selber vorzubereiten, viel Werbung sozusagen auch für das zu machen, was sie ausgraben, was sie finden, was sie erforschen. Denn wenn man viel Werbung dafür macht in der Presse, dann ist es dann einfacher, nachher dem entsprechenden Politiker zu sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Geld für unsere Grabung. Das führt dann unter anderem aber wieder dazu, dass alles sensationell wird. aus der kleinen dreckigen Scherbe wird dann irgendwo eine gigantische Sache aufgeblasen. Und das führt dann auch dazu, dass viele Wissenschaftsjournalisten glauben, Archäologie ist ja immer was Sensationelles, immer was ganz Tolles. ist es halt nicht immer. Das führt dann leider auch zu ganz skurrilen Berichten und Presseartikeln zum Thema Archäologie. Und nachdem es mir jetzt mehrfach selber passiert ist, dass Sachen, die ich den Journalisten erzählt habe, wirklich zu was ganz Skurrilem geworden ist. Also irgendjemand mal schrieb, dass Luther ein, wie war das denn? Also ich erzählte über die Ausgrabung in einem Lutherhaus in Mansfeld und rauskam, Luther war ein Drecksspatz, hat irgendwie seinen ganzen Wildengarten geworfen. Moment mal, also bevor ihr Leute sowas macht, dann mache ich das doch lieber selber. Und dann nehme ich das Medium des Podcasts, da kann ich die Dinge so erzählen, wie ich sie gerne erzählt haben möchte. Weil ich dann nämlich auch weiß, so kommt es auch an, wie ich es wiedergegeben habe. Und ich rede ganz gerne, man merkt es, glaube ich. Und daher dachte ich, es ist, glaube ich, leichter, als wenn ich es jetzt erst niederschreibe. Deswegen war Bloggen nicht so für mich das Ding. Aber Reden war toll. Und ich habe festgestellt, ich habe zwar auch schon Vorträge öfters mal gehalten, aber in einem Vortrag kriegt man immer noch so 30, 40 Leute rein. Aber in Podcasts hören die dann plötzlich Hunderte zu. Und das ist halt großartig. Du hast Leute wirklich da, die sich genau für dieses Thema interessieren, die jetzt genau in dem Moment was über Zauberringe aus Postnitz wissen wollen. Oder eben zu Müllarchäologie oder was auch immer. Und die erreichst du halt wirklich ganz genau. Und da weißt du, die hängen dir sozusagen an Lippen und hören dir genau dazu. Die Rückmeldung hast du auch bekommen. Die Rückmeldung kriegst du dann natürlich auch. Klar, kriegst du auch die Rückmeldung dadurch, wenn die Leute nicht mehr downloaden, dann weißt du, da irgendwas läuft schief. Dann interessiert sie das Thema nicht mehr. Oder bin deine Stimme doof oder was auch immer. Aber es ist halt anders als in einem Vortrag, wo du halt die Leute für eine halbe Stunde da hast. Die hören sich das eine halbe Stunde an. Danach ist das weg. Du hast den Vortrag verballert, aber bleib vielleicht bei fünf von den Leuten irgendwo hängen. Wenn du das einmal im Podcast machst, derselbe Aufwand, hast du aber eben ein paar hundert Hörer oder mehr. Und du hast eben Leute, die es auch noch nach Jahren hören können. Aber nur, wenn man zeitlose Themen hat. Ja, natürlich, klar. Da hat man einen gewissen Vorteil. Gut, natürlich gibt es auch Forschungsergebnisse, die sich ändern und sowas. Ich glaube, in meinem ersten Podcast würde ich auch wieder anders machen. Aber letztendlich, die Themen bleiben natürlich bestehen. Also klar, die sind immer natürlich das aktuelle Forschungsstand. Aber ja, man hat halt trotzdem was, was auf dauerhaft bleibt. Und das finde ich halt auch das Spannende an Podcasten. Wie nimmst du auf? Was ist so deine, als Solo-Podcast einfach alleine? Genau, ich sitze mit einem kleinen Kämmerchen zu Hause. Angefangen habe ich mal mit einem geschenkten Yeti. Also nicht das große Tier aus Tibet, sondern mit einem, diesem kleinen Stehmikro... USB-Direktanschluss. USB-Direktanschluss. Das ist für Anfänger übrigens ein ganz tolles Ding. Also man investiert, glaube ich... Ja, genau, Becky kennt's. Ich habe es nämlich an sie weitergegeben. Ah! Weil ich mir so ein HMC-Ding geholt habe. Ein Steh-Ding? Nein, so ein HMC... 660X. Ach so, das Ralf Stockmann-Gedächtnis-Hetzel. Genau, richtig. Das habe ich dann auch gedacht, das funktioniert sicher wunderbar. Habe mir dann auch entsprechend ein kleines Mixer dazu geholt. Und ja, dummerweise dank meines Laptops ein hässliches Netzbrummen da drin. Oh je. Was ich bis heute nicht rausgekriegt habe. Es gibt ja irgendwie auch viele Wege, aber ich habe es noch nicht geschafft. Man kann da so Stecker löten. Genau, ich und löten, genau. Ist schon mal ein Waldbrand in Kalifornien ausgelöst worden auf die Weise. Oh, ich habe zu viel verraten. Jedenfalls ist die... Welches Jahr? Dieses. Ganz aktuell, komischerweise genau zu dem Zeitpunkt, dass ich da oben war. Nee, jedenfalls habe ich jetzt noch wieder so einen kleinen Snowball mir gekauft. Also so ein kleines Mikrofon, auch wieder USB, das einfach mit meinem Laptop nutzbar ist. Und jetzt gucke ich mal, jetzt werde ich mir die Dings ein bisschen aufrüsten. Habe jetzt gerade einen alten Bürorechner abgestaubt und werde mal gucken, ob ich den jetzt wirklich zum Podcast-Rechner umbauen kann. Das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Wochen. Was ist die bevorzugte Software, die du da einstiegst? Ich mache es ganz billig mit Audacity. Weil die... Da habe ich halt einmal angefangen, weil die kostenlos war. Mittlerweile gibt es ja viel besseres und schöneres, aber ich weiß jetzt, welche Knöpfe ich drucken muss. Ich bin da etwas technisch unaffin. Und deswegen dachte ich, bevor ich jetzt wieder was Neues lerne und dann das nicht hinkriege, probiere es erstmal mit dem weiter. Und es läuft ganz gut. Wenn man weiß, welche Funktion man nutzen will und kann, dann reicht das völlig aus. Das läuft dann anschließend über den Podcast-Love-Publisher. Wird es hochgeladen, läuft nochmal durch Aphronik und mehr mache ich dann auch nicht mehr dran. Ach, du machst kein eigenes Publishing, sondern lässt das jemand machen dann? Ne, natürlich selber über Podcast-Love-Publisher. Ja, das geht ja alles wunderschön. Das ist genau für mich gemacht. Ich habe dieses Einhorn-Bier getrunken, jetzt kann ich nicht mehr denken. Aber jetzt dringe ich weiter. Jetzt habe ich angefangen. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Nein, das finde ich besser. Du hast die Farbe von diesem Etikett angenommen. Ich weiß nicht. Es sieht sehr merkwürdig aus. Kannst du das bestätigen? Ja, ja, das ist eine optische Täuschung, aber es sieht fast so aus. Das kann durch das Licht sein, weil ich hatte die anderen LED-Lampen, die sind jetzt gemischt. Das ist so ein gemischtes Weiß quasi aus allen Farben, die das so rot, grün und blau gemischt gibt. Dann natürlich so ein künstliches Weiß. Dafür nochmal mit dem Öffner. Ich probiere es auch nochmal. Es muss ja weg. Ja, es muss ja weg. Apropos besser. Also die Wetteraussichten sagen, es wird nicht besser bis Sonntag. Das fängt auch gerade stärker an. Also es regnet morgen auch den ganzen Tag durch. Tatsächlich. Ach was. Ach was, genau. Ach was. Es gibt noch ein paar Regenfelds, die machen wir aber rückwärts. Dann klappt das. Das muss man einfach nur aushalten. Entschuldigung, ich habe dich abgewirkt. Nee, das war es auch schon. Ich habe das eben gar nicht so verfolgt. Hast du ein gewisses Zeitalter, was ihr euch anguckt bei den Ausgrabungen? Oder wie ist da die Spezialisierung? Ja, also es ist in Deutschland tatsächlich so, dass du im Studium dich schon spezialisierst auf bestimmte Epochen. Also als ich angefangen habe zu studieren, jedenfalls war das so. Mittlerweile gibt es auch wieder Versuche, ein bisschen mehr, sozusagen generalisierend, zu studieren. Dass du also tatsächlich mehr über die Archäologie global weißt, aber auch natürlich dann dir auch Spezialthemen heraussuchst. Bei mir war es relativ früh klar, dass ich Interesse an Mittelaltern, früher Neuzeiten hatte. Ganz einfach deswegen, weil ich es sehr spannend finde, wenn historische Quellen und archäologische Quellen zusammenkommen. Das sind welche Jahrhunderte genau? Das ist also grob, wenn man ganz grob, also wahrscheinlich schlagen mich jetzt Historiker, wenn ich das so ganz verallgemeinere, weil es gibt auch große Diskussionen, wann fängt das Mittelalter an, wann hört es auf. Also ganz grob 500, also nach dem Ende des Römischen Reiches, 500 nach Christus beginnt das Mittelalter, endet dann so mit den Entdeckungen Amerikas, mit dem Anschlagen der 95 Thesen, also so in 1500 ganz grob, wenn man es einordnen will. Und die frühe Neuzeit dann quasi im Anschluss daran, also das, was quasi Lutherzeit ausmacht, darauf bin ich jetzt momentan verspitzend. Also du suchst keine Dinosaurierknochen? Nee, das machen wir Archäologen sowieso eher nicht. Früher hätte ich immer gesagt, das machen wir gar nicht, aber mittlerweile gibt es tatsächlich selbst in Sachsen-Anhalt im Landesdenkmalamt jetzt die Bestrebung, dass man auch das mit reinnimmt. Also da wird nicht aktiv nachgesucht, weil es sich nicht lohnt? Doch, 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 doch. Also es gibt schon einen eigenen Fachbereich. Ach so, aber nicht bei euch. Nee, nee, genau. Ja, okay, alles klar. Deswegen, als Archäologe bist du, also Archäologie definiert sich als die Kunde der Dinge, die von Menschen gemacht worden sind. Also sprich, alles, was menschlich ist, vom ersten Feuer bis eben zur Luftbodenrakete, ist theoretisch im Interessenfeld der Archäologen. Früher hat man gesagt, naja, man interessiert sich nur für die vorgeschichtlichen Epochen, also da, wo man noch keine Schrift hat. Ja. Also vom Frühmenschen bis eben, ja, irgendwann vor den Römern. Ja. Und dann gab es dann immer mehr, wie auch natürlich die Epochen mit Schriftzeugnissen und spätere Epochen in den Fokus genommen haben. Es gibt eben ägyptische Archäologien, gröbische Archäologie, es gibt eben auch die Archäologie des Mittelalters in der frühen Neuzeit. Und die schweren Stand hatte anfangs, weil alle sagten, na, wieso brauchen wir das denn? Wir wissen doch, was da passiert ist. Wir haben doch die Schriftzeugnisse. Und wir konnten dann aber zeigen, naja, wir haben ein paar Funde, wo wir sehen können, das stimmt nicht so, was in der Schrift drin steht. Denn die Leute, die sowas niederschreiben, die Chroniken schreiben, die haben natürlich eine eigene Agenda. Und wenn die sagen, na gut, der Krieg, den haben wir gewonnen. Und du stellst fest, ist aber nicht so. Oder die Stadt hat nie gebrannt und du findest halt dann doch dann Spuren von Asche und so weiter. Dann musst du ja eben fragen, was stimmt denn jetzt? Und bei den archäologischen Quellen ist halt das Schöne, die kommen nicht intendiert in den Boden. Also niemand sagt, ich vergrabe das jetzt, damit die in 500 Jahren wissen, wie meine Version der Geschichte aussieht. Aber jemand, der das niederschreibt, der kann das so machen. Mein alter Chef hat immer dieses Beispiel genommen, wenn man ihn fragt, was hast du heute Abend so gemacht? Ja, ich hab natürlich erstmal ein bisschen in Marcel Proust geblättert. Ich hab dazu einen Bio-Apfel gegessen und ein Glas Seltas ohne Kohlensäure. Und da guckt man dann seinen Mülleimer nach und findet dann eine halbleere Schachtel mit einem angebissenen Big Mac und irgendwie die DVD-Packung von Störblangsam 3. Dann könnten dir Zweifel kommen über das, was er gesagt hat, was anderes war, als was er getan hat. Und so ein bisschen ist das mit Archäologie und den Schriftzeugnissen, dass man das so ein bisschen auch nutzen kann, um sozusagen verifizierend auf bekannte Inhalte hinzuweisen. Inwieweit zählen denn jetzt, oder habt ihr überhaupt Fundstücke, die euch zugesendet werden? Also wenn jetzt irgendeiner auf dem Acker meint, er hat was gefunden, das schickt er. Ich bin natürlich am meisten nicht so begeistert, wie die Leute das machen, weil sie dann entweder nämlich dann in, schau mal, der Kopfhörer rutscht mir immer ein bisschen weg, weil der immer die Leute dann entweder schon, also sagen wir mal so, es gibt unterschiedliche Ansätze dafür. Der bessere Ansatz wäre wahrscheinlich einfach den Archäologen zu rufen, zu sagen, pass mal auf, wir haben da was am Acker gesehen, kommt doch mal vorbei. Wobei, Acker ist schon wieder falsch, also beim Acker ist es sowieso meist wurscht, da ist der Flug schon durchgefahren und der hat sowieso den Kontext, der stört den Kontext, ist das das Richtige bei den Archäologen. Das heißt, das was die, also wir müssen gerade lachen, weil Martin will ein neues Provisorium schaffen, in dem er den Kopfhörer quasi anzieht. Du hast ja wohl gesagt, wie wunderbar das funktioniert, warum soll das nicht auch mit Köpfen und Kopfhörern? Stimmt. Ein Hornbier ist nicht gut. Oder wie den S-förmigen Haken irgendwie. Entschuldigung. Kein Problem, der Kontext ist eben wichtig und der Kontext, wenn du quasi selber hingehen würdest, als Laie und würdest das Stück einfach rausreißen, dann ist das für uns wertlos, weil wir nicht mehr wissen, wie hat das denn eigentlich da gelegen, aus welcher Schicht kommt das, aus welcher Zeit. Vor allem ist das wirklich etwas, was er vielleicht nicht bei sich zu Hause in einem Römer-Topf oder so abgibt. Oder was er in einem Römer-Topf gebacken hat oder so. Aber es gibt oftmals dann Leute, die kommen da mit irgendeinem Stein an und sagen, sehen Sie mal, das ist doch was. Da muss man dir ein ganz Buchhut sein mitteilen, und ja, es sieht so aus wie was, aber so ungefähr, ich sehe einen Faustkeil in dem Stein. Da muss man halt ganz oft dann sagen, tut mir leid, es ist nicht, aber trotzdem danke, dass es vorbeigekommen ist. Man weiß ja nie, was auf die beim nächsten Mal. Oder wird das per Post geschickt? Also per Post habe ich es noch nicht gekriegt, aber es kommen sehr oft Leute oder rufen mich an, die sagen, oh, ich habe doch was gefunden bei mir im Hintergarten. Der Anruf wäre ja schon okay, wenn sie es nicht entfernt hätten. Ja, aber meistens haben sie es dann schon rausgebracht. Also meistens, zur Ehrenrettung, meistens ist ja bei der Gartenarbeit finden sie was oder es finden am Wegesrand liegen oder wie auch immer. Wenn die es dann anfangen danach zu graben, dann begehen sie schon eine, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie auch dem, wo man sich befindet, entweder Ordnungswidrigkeit oder sogar gar schon Straftat, denn das wäre dann schon eine Raubgrabung. Ihr müsst das wahrscheinlich immer anmelden, wenn ihr irgendwo anfangt. Ja, natürlich. Also man muss anders anfangen. Also selber musst du den natürlich auch mal vor Augen halten. Wenn ich selber anfange, irgendwo etwas zu erforschen, ich will zum Beispiel wissen, ich habe die Theorie da drüben, müsste eigentlich ein Dorf gelegen haben. Da weiß ich mir nichts mehr von. Wie kriege ich das jetzt raus? Und ich könnte natürlich jetzt hingehen und einen Schnitt machen, nennen wir das, also einfach einen Graben legen und schauen, was sich da drunter verbirgt. Aber ich muss mir natürlich als Archäologe mir die Frage stellen, ist das so wichtig, dass ich das mache? Denn wenn ich das anfange, zerstöre ich dann gleichzeitig das, was ich ausgrabe. Weil das ist dann weg. Also das habe ich zwar ausgegraben, habe ich dokumentiert, aber es ist halt nicht mehr da. Und der nächste Archäologe, der kommen könnte in zehn Jahren, der hätte vielleicht eine ganz bessere Methode. Der wüsste vielleicht schon. Oder andere Zusammenhänge und wüsste wahrscheinlich, wo er, sag ich mal, das Feld besser eingrenzen könnte. Genau, beispielsweise. Oder er hat zum Beispiel schon eine Methode, wie man in den Boden guckt, ohne dass man gräbt. Das gibt es ja auch. Also wir haben ja da verschiedene Fernumkundungsmethoden, wo du tatsächlich ohne zu graben schon vieles herausfinden kannst. Eine klassische Kosten-Nutzen-Abwägung. Ja, genau. Richtig. Also das musst du dir immer vor Augen halten und dann natürlich musst du mit den Denkmalämtern sprechen. Meist ist ja so, dass die Denkmalämter selber dann tätig werden. Meist nicht auf dem offenen Feld, sondern leider Gottes halt immer dann, wenn es nötig ist. Das ist bei Bauarbeiten der Fall, insbesondere bei Großbauten, bei Trassenlegungen von Kanälen, von Bahnschienen. Ja, gerade so Abwasser-Geschichten sind, glaube ich, sehr... Genau, richtig. Und es kommt immer darauf an, wo du dann bist. In der Stadt ist meistens auch schon alles viel durchgewühlt. Da gibt es auch schon Stellen, wo man sagt quasi, da findest du wahrscheinlich nichts mehr. Da stellen wir nur mal einen mit der Schippe daneben. Aber es gibt dann eben auch Stellen, wo man sagt, da müssen wir jetzt auch wirklich mal ein wissenschaftliches Team hinschicken, damit die wirklich zwei, drei Wochen vorher ausgraben, bevor die Bauleute anrücken. Und das muss dann immer ausgehandelt werden, weil das ganz oft natürlich auch Verzögerungen sind, wenn der Archäologe dann was findet bei den Bauarbeiten zum Beispiel und der Baggertreiber fährt und da ist jetzt eine Grabstelle. Da macht es sich natürlich nicht so beliebt bei den Leuten, die das bauen, weil die dann erstmal für ein paar Tage vielleicht nichts mehr zu tun haben. Und da steht der Bagger rum, der kostet Geld und die Leute müssen bezahlt werden. Und deswegen werden wir auch immer gerne so ein bisschen als Ausrede genommen, wenn die Sachen nicht fertig werden. Also an Berlin, dem Flughafen, sind wir nicht schuld. Was haben die da gefunden? Aber tatsächlich in Leipzig, glaube ich, am Flughafen haben sie schon mal ein paar Sachen gefunden. Beispielsweise da hat es tatsächlich dann ein bisschen länger gedauert, bis die Startbahn fertig war. Aber letztendlich ist das ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was sonst der Bau ausmacht und was Bauverzögerungen ausmacht. Also da sind wir, glaube ich, da gibt es schlimmeres Ding als jetzt unsere Ausgrabung. Irgendjemand sagt immer so schön, in Deutschland kostet die Archäologie so viel wie zwei Autobahnausfahrten im Jahr. Also das ist halt nichts. Also gegen den gesamten Ausgaben, die dann pro Jahr getätigt werden, sind wir die Portokasse. Und das ist halt, muss man sich auch mal ein paar Augen rechnen, was dann eben daneben steht, was wir denn doch finden. Denn alles, was wir nicht ausgraben können, wird dann bei diesen Baumaßnahmen verstört und da wissen wir nichts mehr dann davon. Das ist weg. Und zwar für immer. Und das ist halt unsere Vergangenheit. Darauf bauen wir heute unsere Gegenwart auf, sozusagen, was denn des Wortes. Und wenn wir das vernachlässigen, dann können wir uns wahrscheinlich als Gegenwart weniger gut definieren, als wir es jetzt können. Ja, und man könnte eben auch zum Beispiel, wenn wir als Flutter zurückkommen, tatsächlich nochmal die Geschichte auf den Wahrheitsgehalt abklopfen, sozusagen. Also hat er das jetzt wirklich in eigener Hand an diese Türen gemeißelt, äh, getackert da. Wir haben schon mal gewitzelt, wir müssten eigentlich unter der Schlosskirchentür in Wittenberg graben, ob wir da Nägel finden. Genau. Ich muss ja an dieser Stelle, glaube ich, mal einen April-Scherz mal erwähnen, den ich mal gemacht habe. Es gab in Halle, als ich da angestellt war, noch am Museum, hatten wir die schöne Tradition, einmal im Jahr gab es einen April-Scherz, den wir in so einem ersten Block, wo wir über Funde berichtet haben, gemacht haben. Und dann war ich mal in der Reihe und das war auch gerade so Anfang dieser Luther-Dekade und ich hatte dann die Idee, die dort gefundenen Nägel in diesen Kontext zu stellen und zu sagen, naja, das sind die Nägel, mit denen Luther schon geübt hat als Kind, als er in seinem Elternhaus aufgewachsen ist. Deswegen sind das so viele. Und es gab tatsächlich Journalisten, die uns angerufen haben und Näheres dazu wissen wollten, weil sie es für wahre Münze genommen haben. Obwohl es ja wirklich auch sehr absurd am Schluss geschildert worden ist. Insofern, ich habe die Geschichte noch Jahre später Leuten erzählt, auch Reportern erzählt und einer guckte mich mal gerade böse an und sagt, ja, einer von diesen Reportern war ich. Das Gespräch erstarb etwas. Naja, jedenfalls, ja, manche Dinge kann man eben tatsächlich nur erforschen, wenn die Sachen noch da sind. Also es ist quasi wie, wenn man eine Seite aus dem Buch rausreißt. Man weiß nicht, ob etwas Spannendes drauf gestanden hat, aber wenn sie weg ist, wissen wir es. Werden wir es nie wissen. Ganz einfach nicht mehr wissen. Wir müssen noch über zwei Dinge unbedingt reden, nämlich über historische Penisse und über die Butler-Matrix. Dann kommen wir zu dem, was wir vielleicht eine experimentelle Archäologie nennen würden. Gibt es da einen Zusammenhang? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Du darfst die aussuchen, womit du anfangen möchtest. Womit möchte ich anfangen? Vielleicht mit der Butler-Matrix, weil das ist ein bisschen relativ schön jetzt in dieses Luther-Thema einbinden. Okay, historische Penisse nicht. Doch, aber das führt dann wieder schön in die nächste Geschichte ein, die wir vielleicht dann einführen. Okay, dann nehmen wir die Reihenfolge, die du vorstiegst. Jedenfalls, die Butler-Matrix ist eigentlich ursprünglich mal die Luther-Matrix gewesen. Das ist ein Fernsehfilm, der für die ARD erstellt worden ist. Und zwar sollte das eine Docu-Fiction werden. Das ist ein... Becky lacht schon, die weiß schon, was kommt. Ich glaube, hast du wegen der Aussprache gelacht? Docu-Fiction? Dann sag das doch nochmal. Docu-Fiction. Sollte eine wäre denn... Sollte eine wäre denn... Also Becky kennt die Backgrounds. Ja, ja, die Abgeordnete. Von ihr stammt übrigens auch die Butler-Matrix. Warte mal kurz. Hashtag. Was passiert? Können Sie mal gleich live dazu schauen. Aber wenn du laufen willst, solltest du denn das Kopfgeschirr... Ja, ja. Versucht er gerade. Achso, guck mal, da ist er. Wir haben einen Assistenten. Erik. So. Ich war dabei. Oh, 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 oh. Ja, wir hören. Wir glauben es dir. Vorhin haben alle das Mikro so weit weggehalten, deshalb wollte ich es jetzt nah rannehmen. Möcke, erzähl du doch erstmal, was es sein sollte. Es sollte eigentlich eine Docu-Fiction sein, ein neues Format, das Krimi-Handlung und Dokumentation miteinander verbindet. Und grundsätzlich, die Idee ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, das ein bisschen unterhaltender zu erzählen. Rausgekommen ist, wenn ich die Süddeutsche jetzt richtig zitiere, der schlimmste Fernsehfilm seit 1517. Und Möcke ist dabei. Ich bin ein Anteil an diesem Film, ohne es wirklich zu wollen. Man hat nämlich Experten dazu gebeten, in diese Krimi-Handlung sozusagen eingebunden zu werden durch ein Interview jeweils, das mit einer Dame, ich weiß gar nicht, wie sie im Film richtig hieß, Carla Columna. Carla Columna haben wir sie nur noch genannt, weil irgendwie Carla Carlotta oder irgendwas, keine Ahnung. Sie sollte also ein Zwischending zwischen Ermittlerinnen, Kriminologinnen und Reporterinnen werden, was irgendwie auch keiner so richtig verstanden hat. Der ganze Drehbuch dieses Filmes war etwas sehr konfus. Wie gesagt, es sind dann echte Experten mit reingeschnitten worden. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, wie ein bisschen die Jungfrau zum Kinde. und darf dann zwischen Frau Käßmann und zwischen dem Chef der Glaubenskongregation in Rom dann auch mal ein bisschen was über Luther erzählen. Aber wie gesagt, die ganze Rahmenhandlung macht das, die ganzen Filme völlig irre. Also mit sämtlichen Klischees, die man über Hacker, über NSA, über sonst was haben kann, mit völlig holzernen Schauspielern. einem... Das war ein Schauspieler? Ich glaube nicht. Das stand, glaube ich, auf ihrer Gehaltsabrechnung. Archäologie-Studien. Da haben sie was dazu verdient. Ja, man kannte sie auch nicht. Das waren so unbekannte Gestalten. Wahrscheinlich bleiben sie auch unbekannt. Entschuldigung. Nee, ich meine, für das Drehbuch können sie nichts, aber sie haben es leider auch nicht wirklich geschafft, dieses Drehbuch zu retten. Und wir waren der Fanclub. Ja, genau. Das Schöne war natürlich, also solche Filme kann man ja vor allem genießen mit viel Alkohol und mit guten Freunden. Und so kam es dann auch. Also wir haben dann über Twitter uns diesen Film dann, als er dann lief, angeguckt. Ich kannte ihn schon von einer Filmvorführung. Habe schon mal vorgewarnt. Also das muss ich in meiner Ehrenrettung sagen. Ich habe schon gesagt, dass er nicht sonderlich überzeugend sein würde. Das hat uns nicht abgeschreckt. Das hat euch nicht abgeschreckt. Ich glaube, es war einer der lustigsten Abende, die ich in meinem Leben hatte. Allein schon diese Hashtags dann zu lesen. Ich glaube, man kann sie unter Butler Matrix auch noch im Twitter finden. Wir waren sogar in den Trends an diesem Abend. Mit dem Hashtag Butler Matrix. Stimmt, es war sogar drin. Ja, richtig. Und wir haben wirklich eine herausragende Interpretation dieses Films geliefert am Ende, würde ich behaupten. Oh ja, durchaus. Also man kann es, wie gesagt, alles nachlesen. Man sollte den Film vielleicht nicht dabei angucken oder nur in kurzen Dosen oder nur auf diese drei Minuten, die ich mal zu sehen bin. Nein, Quatsch. Aber Mirko war super. Mirko war herausragend. Die besten zwei Minuten des ganzen Films. Nee, aber das war also die Butler Matrix. Solche Gefährnisse muss man dann leider auch in Kauf nehmen, wenn man mit den Materien zu tun hat. Das ist aber auch schon mal für Terra X auf Butlers Klo. sag ich schon, auf Luthers Klo. Auf Butlers Klo. Aber ja, solche Sachen macht man dann mal gerne mit. Deswegen meine ich, es ist manchmal doch sinnvoller, die Wissenschaftskommunikation die eigenen Hände zu nehmen. Da passiert einem dann das nicht. Oder man kann es dann selber planen, wenn man es halt möchte. Wenn man es sich schon zum Affen macht, dann bitte selbst. Ja, genau, genau. Das stimmt, das stimmt. Aber zum Affen machen, das waren die historischen Penisen, würden wir noch gewünscht. Achso, du machst ja Überleitungen wie vom Himmel. Das ist ja... Ich weiß nicht genau, worauf ihr hinaus wollt. Ich meine wahrscheinlich diese, meine Themen im geheimen Kabinett sind ja dann unter anderem eben auch verschwundene männliche Anhängsel. Das passt ja auch zum Thema von, wie heißt er gleich? Tim, ne? Wer hat nochmal What's in your pants? Ah ja, genau. Tobi. Tobi und Jörn, ja genau. Aber hat Tobi mit verschwundenen Penisen zu tun? Wahrscheinlich nicht. Er entdeckt neue. Er entdeckt neue, genau. Das ganze Amapur-Brett war voll. Dieses Foto. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja, das ist überraschend, wie oft diese Dinge verschwunden sind. Also wenn Napoleon hat seinen verloren Posthum, Rasputin hat seinen, auch nachträglich wieder aufgemeint, man jedenfalls aufgefunden zu haben. Das ist ganz merkwürdig, ja. Tatsächlich? Weg? Also im Sinne von abgeschnitten? Ja, also bei Echnaton hat man ihn wiedergefunden, Echnaton sag ich schon, bei Tutankhamun hat man ihn tatsächlich wiedergefunden, der war mal vermisst worden bei seiner Mumie, hat ihn dann auf Röntgenaufnahmen wiederentdeckt, weil er war nur weggerutscht, also bei der Mumie. Bei, was haben wir denn noch? Bei Napoleon ist er tatsächlich geklaut worden von denjenigen, die ihn seziert haben, er ist ja auf Elba gestorben. Und Elba? Elba sagt ja, das bringt immer durcheinander die beiden. Egal. Ebenfalls ist er, nachdem er verstorben war, seziert worden. Man wollte ja wissen, ob er wirklich natürlichen Weges verstorben war oder nicht. Und da haben dann Anatomen, ich finde, der Anatom, der ihn seziert hat, der Arzt hat dann offensichtlich Dinge mitgehen lassen, als Erinnerungsstücke. Die wichtigsten Dinge, was man so als Souvenirs mitnimmt. Ist das am höchstgehandeltsten vom Preis auf dem Schwarzmarkt? Nee, es gehört tatsächlich jemandem, also es ist jetzt nicht momentan auf dem Markt. Es gehört irgendwie dann über verschiedene Familienbande dann auch wiederum tatsächlich mal auf eine Versteigerung gelangt, ist aber dann nicht versteigert worden, merkwürdigerweise. Wobei dann die Times, glaube ich, getitelt hatte, Not Tonight, Josephine. Also heute Abend mal nicht. Und dann tatsächlich wieder doch erworben wurde und heute auch leider nicht öffentlich zugänglich ist. Ja, aber dann... Wenn man heute nicht richtig weiß, ob es sich wirklich um das Stück, welches handelt. Das Gleiche ist mit dem besten Stück von Rasputin. Das ist jedenfalls ein Fall, wo man es behauptet hat, dass es das sei, sich als eine modifizierte Seegurke herausgestellt hat. Und wie das mehr... Es gibt übrigens auch den Penis von John Dillinger, den auch in einem Glas in Smithsonian in Washington ausgestellt wird. Jedenfalls ist es so ein Glas mit einem menschlichen Überrest darin. Das ist wahrscheinlich nicht John Dillinger. Aber das ist überraschenderweise oft der Fall, dass Menschen Teile von anderen Menschen mitgehen lassen. Das ist schon ein bisschen skurril. Es ist ja skurril, aber es ist manchmal spannend, weil es ist ja schon komisch, worum lachen wir drüber, beispielsweise, weil es ja doch ein bisschen tabu behaftetes Thema ist. Und dann wiederum, dann amüsiert es uns ja doch, wenn wir dann eben diese merkwürdigen... Fingernagel wäre uninteressant. Fingernagel, ja. Ja, gut, der ist ja eh bald schnell weg. Das Gehirn ist ja auch unterwegs. Liegt auch zum Teil im Schießfach in den USA. Wahrscheinlich schon mehrfach geteilt. Ja, ja, es ist auch schon... Da ist es rausgenommen, weil man es tatsächlich untersuchen wollte, ob da ja was Besonderes... Nee, macht's. Ja, richtig, ne? Hier steht schon der Wanderpenis des Pharao. Richtig. Da haben wir doch schon unseren Folgentitel. Oh nee, wir brauchen was Blumiges. Hast du was Blumiges Archäologisches? Was Blumiges Archäologisches. Das Zeug grabe ich ja meist weg. Blumen? Genau. Es ist so, dass Umweltschützer oder Umweltämter und die archäologischen Ämter immer ganz gut zusammenarbeiten, weil wir wollen ja eigentlich immer, dass keiner rangeht an die Stücke. Wir wollen ja sagen, grabt mal da nicht und baut da mal nix, weil wir wollen es vielleicht in 100 Jahren erst ausgraben. Und die Naturschützer sagen natürlich meist auch, lass das mal alles stehen, da wächst alles gerade so schön. Da ist jetzt gerade die dreifach gedrehte Ringelblume von sowieso. Und nur dann, wenn wir tatsächlich mal zu graben anfangen, dann sind die Naturschützer meist nicht so begeistert, wenn wir es machen. Genau. Ich hatte mal den Fall, dass ich irgendwie drei naturgeschützte Bäume auf meiner eigenen Grabung hatte. Das war ein bisschen schwierig, dann mit denen auszuhandeln. Hast du drum herum gegraben dann? Ich habe die tatsächlich stehen lassen müssen, ja. Also ich weiß nicht, ob sie noch heute stehen, wann wahrscheinlich wir das Wurzelnack ein bisschen vermischt haben. Nicht durch dich jedenfalls. Hat sich dann was abgegraben, alles weggegraben. Super. Wir müssen ja danach auch wieder die Gelände wieder herstellen. Also das muss dann auch verdichtet werden und sowas, damit da eben keiner einbricht. Was ja in Sachsen-Anhalt öfters passiert, dass Leute irgendwie so plötzlich über den Parkplatz gehen und irgendwo dann stocktiefer landen. Das ist natürlich so. Das sind wir aber nicht immer schuld. Nee, klar. Es gibt ja ein Feld der Archäologie, das ist experimentelle Archäologie. Machst du sowas auch? Nee. Was ist das? Experimentelle Archäologie, das ist der Versuch, die Dinge, die man gefunden hat und rekonstruiert hat, also experimentell wieder zu überprüfen, ob das funktioniert. Also beispielsweise, man hat eine Speerschleuder gefunden und baut da nach und guckt, was kann man damit wirklich machen. Oder beispielsweise, was ja auch überrascht, wenn man eine Steinachs hat und eine Eisenachs und fällt da mit einem Baum, wie schnell ist man damit? Lustigerweise genauso gleich schnell. Das Problem ist nur, die Eisenachs kann halt jeder herstellen und die Steinachs eben nur jemand, der wirklich jahrelange Erfahrung hat damit. Okay, ja. Wenn man keine Ahnung mehr hat. Damit ist halt, und du kannst eben die Eisenachs immer wieder einschmelzen, wenn du das Material wieder brauchst. Das kannst du beim Stein eben dann nicht. und daher ist die, ja, sowas ist einem ganz wichtig, wenn man das mal probiert. Oder es gibt Leute, die sich mit der historischen Ausstattung eines Lekonäres mal einfach über die Alpen marschiert sind und ähnliches mehr. Also das gehört alles sozusagen dazu. Und da kann man dann tatsächlich testen, sind die Ideen, die man zu manchen Dingen hat, also beispielsweise auch bei diesen Lekonäres-Geschichten, stimmt zum Beispiel die Aufhängung vom Schwert, funktioniert das überhaupt so? Wo, der hat dann festgestellt, manche Sachen gehen gar nicht. Die würden sich, Uns wird Alkohol angeboten, wir können die Zettel auch. Möchtest du das? Entweder reden wir noch nicht genug, Quatsch, oder? Vielleicht später. Jemand möchte gucken, was passiert. Das sollte eigentlich unauffällig sein, aber völlig, völlig. Das hat keiner mitbekommen. Nein, nein. Das schneiden wir alles raus. Nachher gibt es noch so Verschwörungstheorien, was reichen die auf den Zettel? Auf den Zettel, genau. Wir sind ja auch im Video zu sehen. Okay, ist das geklärt, die Frage? Was ist experimentelle... Genau, und ob er das auch macht. Das wäre die Anschlussfrage. Nein, aber ich würde das gerne jetzt machen, nämlich Experimente mit dem Publikum. Ach so, okay. Wir müssen natürlich erst dekorieren. Wir müssen erst dekorieren. Das ist so ein Bausatz. Wir müssen den erst zusammenbauen. Das ist aber Plastik. Das ist, glaube ich... Das ist, er hat mich ausgegraben. Nicht original getreut. Warte mal, für den Last auch. Du hast ausgegraben. Ich habe keinen Einhornweh gehabt. Das muss ich sagen. Sogar mit Elektronik. Also, wir müssen einfach bauen. Also Mittelalter könnte ich jetzt ausschließen, oder? Ja, ich müsste ja Suprezent. Du hast ja gesagt, du bist grobmotoriker. Ich kann jetzt noch mal gucken, wie ihr den grobmotorisch so drauf seid. So, das ist was auf den Kopf zu setzen, oder? Ja, genau. Euch ist aber schon klar, dass wir einen Videostream haben. Ja, natürlich. Deswegen ist es ja auch. Oh, warte mal. Und das musst du jetzt im Bauch legen? Mein Bauch passt aber nicht. Das sind doch Stäbe, die leuchten. Das ist doch für ein Arm, oder? Ah, guck. Okay, und? So. Und Lars hat das, was nicht geht? Ist es an? Ja, es steht auf on. Es gibt Hoffnung. Ach so, da muss ich das hinnehmen. Tauschen. Kaputt. Tauschen. Tauschen. Gut, tauschen. Das ist doch wie mit den Lampen hier, ne? Du hast doch auch eine Lampe gehabt, die nicht ging. Ja, die war aber nur im falschen Modus. Ach, die war nur im falschen Modus. Das sag ich auch immer, wenn ich nicht aufstehen will. Oh, heute will ich nicht aufstehen, ich bin im falschen Modus. Ich finde, ihr seht total klasse aus. Super. Total seriös, ne? Stand nicht in meinem Vertrag. Jetzt setz endlich auf. Jetzt setz endlich auf. Nicht in diesem Ton, ja? So nicht, junger Mann. So nicht. Oh, da steht ja... Oh ja, schick. Da steht der Vogel. Sehr gut. Ich gucke jetzt nicht in den Stream. So, okay. Wer das gesagt über Audio gehört, der verpasst hat. So, gut. Ja, also wir haben, um das im Audio nochmal zu beschreiben, wir haben... Ach ja, natürlich. Danke, danke, dass du an die treuen Audio... Ja, das ist ein... Ich kann das in einem Licht schlecht identifizieren. Entweder ist es orange oder rot. Und es leuchtet... Ja, und das sind halt so Glasfaser. Wir haben Glasfaser, ja. Wir haben Glasfaser, genau. Und die sind mit zwei LEDs beleuchtet und es sieht halt ziemlich dämlich aus. Das ist wahrscheinlich die einzige Glasfaser, die Sorschich jemals sehen wird. Ja, ich hatte... Ich hatte... Jetzt lach nicht. Ich hatte tatsächlich überlegt, vielleicht die Strecke statt mit Funk mit Glasfaser zu machen. Aber ja, die Investition habe ich mir gedacht, die können wir... Die können wir in solche Dinge schnitten. Genau. Machen wir doch lieber was Sinnvolles aus dem Geld. Aus dem Glasfaser. Ich glaube, wir haben das einfach zerschnitten und haben jetzt für alle solche Glasfaser... Wir hatten eine Rolle Glasfaser für Sorschich und das haben wir daraus gemacht. Das war das Sinnvolle fürs Geld. Okay, ich sehe, wir sind ausreichend vorbereitet für das Publikumsspiel. Der Mirko hat Fragen mitgebracht und wir wollen drei Runden spielen, haben wir gesagt. Drei, haben wir gesagt, wir spielen drei Runden aus. Und für jede Runde brauchen wir zwei Kandidatinnen oder Kandidaten. Einer sagt die richtige Antwort und der andere die falsche. Und dann hat er mit der richtigen gewonnen und mit der falschen verloren. Also das ist nicht so kompliziert. Ihr kennt hier auch, wenn ihr beispielsweise die lange Nacht, wie heißt das, die lange Podcast-Nacht mitgemacht habt. Gala Binitin oder Day of the Podcast. Day of the Podcast. Gala Binitin oder so ähnlich heißt das. Also genial daneben wird das, glaube ich, auch schon mal plagiiert. Das heißt, man kommt eine Frage gestellt und man versucht sich immer mehr an die richtige Antwort heranzutasten. Wer sind wir? Ich habe mich aufgepasst. Bitte? Wer sind wir? Die Antworten oder die Fragen? Nein, nein, da. Frage hier, Antwort da. Ich meine zwei Freiwillige aus dem Publikum. Genau. Komm schon mal die ersten zwei bitte nach vorne. Keiner traut. Es gibt auch was Nettes zu gewinnen. Und es ist kein Einhornbier. Nee, nee. Das darf ich schon mal vorausschicken. Nein, 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 nein. Ich habe es gemerkt, ich habe es gemerkt. So einfach. Also. Ohne das Ding geht das nicht. Darf ich ein Foto machen von dir? Was habe ich getan? Du siehst einfach so gut aus. Oh, es ist sowieso. Du bist doch gleich getötet, oder? Es ist gleich leer. Also hier kommt eh nichts mehr rüber. Also falls hier so. Weißt du, was mir Gedanken macht? Nein. Wenn ich dieses Ding aufsetze und du sagst, das ist eine Verbesserung. Das ist richtig füß. Das ist richtig füß. In der Tat. So. Macht keiner mit? Wir können auch das ganze Publikum befragen. Also der, der eine Idee hat, der greift das Mikro. Ich wette mit euch. Wenn wir das umdrehen, dann machen sie mit, wenn wir antworten müssen. Können wir auch machen. Können wir die erste Runde mit euch machen? Dann bleiben wir die Gewinne hier. Achso. Achso, gibt's welche. Für die besten Fragen, oder? Das gesamte Publikum macht mit. Gar nicht zwei, drei. Okay. Okay, machen wir es so. Bereit? Ja. Warte mal, was ist der Preis, um den wir spielen? Der erste Preis, um den wir spielen. Wir haben noch zwei. Es gibt zwei Kandidaten, Martin. Es gibt zwei Kandidaten. Okay. Ich dachte, passend zum heutigen Abend gibt es Luthers Kräutertiesen. Zum Trinken. Zum Trinken. 95 davon. 42 Prozent. Genau, für jede Runde habe ich einen. Ob ihm das gefallen hätte. 95 Prozent. 95? 95 Prozent. 95 Drehungen, ja. Gut, seid ihr bereit? Okay. Einfach dann, einfach so, genau. Einfach reinrufen, was er denkt. Was macht ein Tittentaster? Ein Tittentaster. Achso. Ein Tittentaster. Ein Tittentaster. Was macht ein Tittentaster? Moment, ich präzisiere die Frage. Was macht ein Tittentaster und warum? Sind wir im Bereich der Medizin? Nein. Ja, oh, jein. Jein, auch. Auch Medizin. Es sind alles historische Fragen, die ich heute bestelle. Okay. Absetzeln oder? Wir wollten, was euch einfällt. Sag du mal was, Judith. Wenn mir nur was Gescheits einfallen würde. Es handelt sich um einen Menschen, soviel möchte ich schon mal helfen. Okay. Reden wir hier von menschlichen Titten. Ja, und wir? Hör mal. Was denkst du? Der Regen wird lauter. Der Regen wird lauter. Ach, der Regen wird lauter. Man hört dich nicht. Hört man nicht. Es geht um einen Beruf. Es geht um einen Beruf. Im weitesten Sinne, ja. Bekommt man Geld dafür? Hat man bekommen, ja. Es ist ein historischer Beruf. Es ist ein historischer Beruf. Gibt es denn Beruf noch? Ich hoffe nicht. Nein, ich denke nicht, weil der Grund, warum es diesen Beruf gab, den gibt es auch nicht mehr. Deswegen. Reden wir grob vom Mittelalter. Wir reden grob vom Mittelalter unter rauffolgenden Jahrhunderten, ja. Also, ihr könnt ja schon mal feststellen, was da gemacht worden ist, ist relativ klar. Ja. Warum? Warum könnte man sowas machen? Also, wenn du sagst, dass es hoffentlich diesen Grund nicht mehr gibt, hat es irgendwas mit Hexenverfolgung zu tun? Nein, hoffentlich, aber es gibt ihn einfach nicht mehr. Nee, Hexen haben nichts damit zu tun. Hat es was mit der Gesundheit der Betasteten zu tun? Ja, hat es. Geht es um Brustkrebsvorsorge? Ich glaube, damals wussten wir noch nicht, was Brustkrebs ist. Im Mittelalter noch nicht. Nee, noch nicht, aber es hat sozusagen im weitesten Sinne mit der Gesundheit zu tun. Hat es etwas mit der Gebärfähigkeit zu tun? Nicht der Gebärfähigkeit. Hat es etwas damit zu tun, ob die Person zum Beispiel als Amme geeignet? Ja, genau, das ist es. Und zwar gibt es noch in Lübeck und in anderen Städten gibt es noch sowas wie, ich glaube, in Lübeck gibt es noch den Tittentaster Gang. Da haben tatsächlich die Armen ihre Dienste angeboten und da gab es dann offizielle Beauftragte, die tatsächlich nachprüfen mussten, ob die Damen dafür geeignet waren. Sozusagen die Zulassung. Achso, wenn ihr schon mal runter geht, darfst du auch gerne den Winn schon abholen oder wir bringen ihn nachher runter? Ich hole die nachher. Ja, genau. Okay, wir haben also... Dann wird er nachher an die Tür genagelt. Das ist alle 95. Das ist für Judith und das ist der Trostpreis für diesen Zweiten. Ach, gut. Wunderbar. Applaus, 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 Applaus. So, wer möchte noch? Möchte noch einmal? Ja, gerne. Achso, macht den gleich weiter. Machen wir gleich weiter. Wollt ihr das dann weitergeben? Wollt ihr doch gerne mal weiter? Ja, ja. Super. Okay, wenn ihr soweit seid. Okay, wenn ihr soweit seid. Dann die Frage... Jemand anderer schlägt sich drum. Achso, sehr gut. Okay, es schlägt sich niemand drum. Warum verbrachte ein Rentier 1941 fünf Wochen unter Wasser? Es war auf einem U-Boot. Ja. Warum? Es war ein Geschenk. Mensch, ja, das geht super. Mensch, das ist ja fix. Wie was? Es war ein Geschenk. Ein Rentier namens Poly-Anne. Poly-Esta. Poly-Anne. Meine Schüsse heißt Poly-Esta. Er wurde an den Kommandanten des amerikanischen U-Bootes von den Russen geschenkt, nachdem er erzählt hatte, dass seine Frau jetzt zur Weihnachtszeit den Kinderwagen durch den tiefen Schnee in England schieben musste, worauf dann sein russischer Gastgeber sagte, dann brauchst du wohl ein Rentier und schenkte ihm dann kurzerhand eins. Das Dumme war, dass man mit dem U-Boot nach Hause fahren musste und das Rentier dann fünf, weil man natürlich auf Feinfahrt war, fünf Wochen lang unter Wasser in diesem U-Boot eingesperrt war. Man kann sich vorstellen, wie das wahrscheinlich geruchsmäßig abgelaufen ist. Hat das denn überlebt? Es hat überlebt. Es hat dann noch fünf Jahre gelebt. Und lustigerweise in derselben Woche, als man das U-Boot dann nach dem Krieg zerschrottet hatte, ist dann auch das Rentier gestorben. Also, ob es da Zusammenhänge gibt, weiß man nicht. Gut. Mysteriöse Todesfälle, genau. Jetzt muss ich gerade nochmal, haben wir noch eine dritte Runde? Möchtest du noch jemand anderes ran? Oder wollt ihr nochmal die dritte Runde aufgestalten? Für diejenigen, das Audiosignal ist jetzt durch den Regen und die Plane natürlich verstärkt am Knistern. Versteckt verstört, ja. Also nicht erschrecken. Also wir erhöhen jetzt den Spieleinsatz. Es geht erneut um Luthers Kräuter-Thesen, aber wir legen eine Original-Sendegarten-Mudose oben drauf. Meine Güte. Yeah. Okay. Seid ihr bereit? Ja, es kann losgehen. Es kann losgehen. Was ist ein Bastard-Faden? Ein Bastard-Faden. Ein, ein, reden wir von Textilien. Im weitesten Sinne ist das auch bei Textilien, ja. Reden wir von einem, tatsächlich ein Faden, der irgendwo raushängt? Nein, kein richtiger Faden. Okay. Welche, also... Es dient ein Bastard-Faden irgendeiner Art von Kennzeichnung? Ja. Okay. Der Kennzeichnung von Bastarden? Ja. Das ist ja nahliegend. Der Junge macht ein Ding mit. Wird spannend. Ja. Welche Zeit sind wir denn? Mittelalter. Frühe Neuzeit. Mittelalter, ist gut, genau. Ja. Was hat... Wo hat man denn Bastarde gekennzeichnet im Mittelalter? Wie? Wie? Mit einem Faden. Der nimmt alle Informationen sehr ernst. Ja, aber wie macht man das denn? Was könnte man denn machen, außer mit dem Faden? Eine Kopfbedeckung? Nein. Ein Antra. Ein Mittelalter. Was gibt's da für Menschen im Mittelalter? Fußfessel. Nein. Was ist ein Bastard überhaupt erst mal? Was ist ein Bastard? Ein uneheliches, gezeugtes Kind. Genau, richtig. Warum muss man das kennzeichnen? Bei der Geburt. Nein. Bei der Empfängnis. Nein. Das würde ich jetzt genauer wissen. Hat das einen religiösen Kontext? Nein. Beim Begräbnis. Nein. Bei der Hochzeit. Steuern. Nein, also nicht wie ein Ereignis, sondern im Alltag sozusagen. Wann oder warum? Das Einkommen. Ja, im Alltag. Wenn man das kennzeichnen wollte. In der Erbfolge. Auch in der Erbfolge. Im Stammbaum. Ja, und wo bezeichnet man das im Stammbaum? Da wurde so ein Faden eingenäht. An einem Namen. Was hat man noch außer einem Namen im Stammbaum? Ein Geburtsdatum. Auch, aber was ist noch? So als Zeichen irgendwie? Die Herkunft bezeichnet. Ja, und was kommt noch dazu? Was haben die noch so vor Zeichen daneben vielleicht gemalt? Tierkreiszeichen. Nein. Es kann auch kreisförmig sein. Meistens eher so. Das Geschlecht? Eher so eckig. Dreieckig oder so. Nein. Dreieckig. Ich bin jetzt gerade bei Harry Potter. Nein. Was gibt es denn da für Menschen? Was machen die Menschen so im Mittelalter? Sterben. Ja, und wie sterben sie in der Mitte einer Pest, sondern wo auch? Dienen, herrschen. Bei Krieg zum Beispiel. Was? Im Krieg. Bis sie fallen. Ja, und wenn sie im Krieg sind, was haben sie dann so dabei? Ein Wappen. Ja. Und weißt du noch was das Faden? Ein Wappenzeichen. Ja, perfekt, genau. Man hat sie tatsächlich mit einem einfach quer verlaufenden Balken oder einem Faden, wie man es dann heraldisch sagt, gekennzeichnet, dass es eben kein, ja, sozusagen direkter Abkömmling desjenigen ist, der das richtige Wappen führt, sondern eben nur der Bastard. Aber die durften trotzdem Wappen führen und deswegen sieht man manche, die Schilde haben dann so einen Strich durch sozusagen. Ja, richtige Antwort. Bravo. Und wir haben einen letzten. Ich habe ihn schon hier liegen. Ich habe ihn schon hier vorne. Sucht ihr ihn schon? Das ist einmal für den Sieger. Das ist für den Sieger. Und dann, weil ich, also weil Becci ja so auf Gender aufpasst, bin ich mir beim Mu-Dose und so weiter immer nicht so ganz sicher, ob das richtig ist. Und zum Ausgleich, damit es auf jeden Fall gendergerecht zugeht, gibt es dann noch eine Dose Stramme Jungs dazu. Ja, Dankeschön fürs Mitmachen. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, schon. Willst du meine Stramme Jungs? Das klären wir später. So. Wunderbar, wunderbar. Ich, ich, also ganz herzlichen Dank, wunderbares Publikumsspiel und damit nehmen wir, kommen wir ganz langsam von der, von der Gartenbank herunter. Mirko, du kannst noch ganz viel erzählen. Ich würde ja auch noch so gerne zuhören, aber wir haben schon so eklatant überzogen. Ja. Sebastian hatte vorher gesagt, nein, wir müssen aber auf die Zeit achten und jetzt haben wir es total kaputt gemacht. Aber wenn ihr das gestattet, dann machen wir jetzt einfach weiter. Seid ihr, wollt ihr? Zu Gott. Super. Danke. Danke. Das hatten wir nicht besprochen, aber so sollte es sein. Sehr gut. Und damit kommen wir auf das Querbeet. Das ist nicht bequem. Eine Kappe hilft. Eine Kappe hilft. Wir hatten eingangs gesagt, wir sind in Potsdorf, das haben wir jetzt auch durch den Regen nun mehrfach schon. Och, ihr seid aber... Lass es auf. Mögt das nicht? Okay. Wenn es weh tut. Ich wollte nur gucken, ob es noch an ist. Ja, 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 natürlich. Das stimmt. Meinst du ausgegangen? Ausgegangen? Ja, ist ja unerhört. Das wollte ich gerade... Es wurde schwebt ja. Nimm doch einfach sein. Ich habe da was abzugeben. Das ist einfach. Ich habe auch noch so ein Einholen. Ja, genau. Vor Ebay. Zweite Wahl. So, ich finde das schön, aber ich habe ja auch die Kappe auf. Die Kappe. Wir haben eingangs gesagt, wir sind auf Potsdorf und da gibt es ein tolles WLAN und unsere Technikecke soll diesmal sich mit dem WLAN beschäftigen und deshalb frage ich den Sebastian einfach mal, was hast du in diesem Jahr hier technisch aufgebaut? Ja, also in etwa vom Prinzip das gleiche vom letzten Jahr. Das hilft natürlich jetzt nicht allen weiter. Nur doppelt so groß. Es leuchtet. Es leuchtet. Ja. Ja, im Prinzip ja, wieder die LTE-Antenne ausgegraben und verbessert und halt mehr Inhalt reingepackt und halt so die Schwachpunkte, oder was heißt Schwachpunkte, halt optimiert halt. Und genau, ich hatte es schon erwähnt, zwei LTE-Module sind jetzt drin. Statt einem sind jetzt auch so Industrie-LTE-Module, die halt auch so in einem richtigen wasserfesten Gehäuse sind. Ach, nochmal ganz basal. Zoom out, ja. Im Nachbarort steht ein Kirchturm, da ist eine LTE-Antenne. Richtig. Da gehst du mit einer ersten Antenne dran und holst dir das ein Stück weit hier hin. Genau, also wir sind selber in der Talsohle quasi. Also das ist der Veranstaltungsort und dementsprechend ist der Empfang, der geht halt über uns drüber, aber nicht ins Tal rein, so gesehen. Und ja, das ist dann halt relativ schwierig. Ja, und deswegen war eigentlich die Grundidee, weil ich dann so mal auf der Versorgungskarte vor zwei Jahren, also letztes Jahr geguckt habe, eigentlich ist außenrum. Relativ guter LTE-Empfang, zumindest auf diesem Hügel, da konnte man auch den Höhenunterschied ganz gut sehen und ja, also war eigentlich die Idee zu sagen, okay, man müsste ja eigentlich nur eine Station dahin stellen und ja, das LTE-Signal dort in Empfang nehmen und dann halt weiter ins Tal über eine Richtfunkstrecke zum Beispiel weitergeben, also das Internet, um es ganz, ganz pauschal zu sagen. Ja, und ja, das war schon letztes Jahr so und dieses Jahr habe ich einfach das Setup verdoppelt so gesehen vom Empfang vom LTE. Ja, was auch noch hinzugekommen ist halt, die Akkuversorgung ist jetzt in eine Extra-Box gekommen, dass wir jetzt auch länger streamen können, ohne dass ich Akkus tauschen muss und die Akkus können jetzt auch im Betrieb getauscht werden, ja, dass wir also auch keine Unterbrechungen haben. Letztes Jahr gab es ja mal ein Problem, als in der Küche die Sicherung ausgeflogen ist. Genau, da gibt es eine USV. Da musst du alles wieder hochfahren und so. Richtig, also erstens benutzen wir diese Küche, die ist ja nicht so aktiv und zweitens habe ich eine USV mitgebracht für den Fall der Fälle. Okay, das heißt, der Betrieb der WLAN-Versorgung wäre dann erstmal gepuffert sozusagen. Richtig, ja, weil das Problem ist, wenn der Rechner runterfährt, das ist so ein Enterprise-WLAN mit Controller, also wenn man selber so eine Fritzbox zu Hause hat, dann klar, wenn die ausfällt, dann muss die halt auch booten bei so einem WLAN-Controller, der muss halt auch booten und das dauert dann halt auch schon mal irgendwie fünf Minuten, bis alles dann wieder steht und dann hat man natürlich in denen kein Netz und kein Streaming und alles. Inabhängig jetzt von der Strecke, die du da gebaut hast, du musst ja hier irgendwie das Gelände ausleuchten, wie die Fachleute so sagen, also wie so Access Points oder Route oder was auch immer hinsetzen. Wie viele hast du hier im Einsatz und wie hast du die verteilt? Aktuell sind, glaube ich, von den sechs, die ich dabei habe, drei oder vier verteilt. Ja, eigentlich nach, also man kann das also ausleuchten, also der Vorteil durch den WLAN-Controller ist halt, dass das Ausleuchten oder halt die Verteilung der Controller halt mit übernimmt. Das heißt also, man hat quasi so einen fast nahtlosen Übergang zwischen den Access Points. Würde man jetzt einzelne Access Points setzen, die unabhängig voneinander operieren, dann würden die sich gegebenenfalls, wenn sie auf den gleichen Frequenzen senden und empfangen, ins Gehege kommen. Durch den Controller, der kann das Ganze etwas intelligenter managen. Also das ist der Vorteil, wenn man so einen Controller im Einsatz hat. Und ich nutze halt so Ubiquity-Equipment, das ist, also es gibt nochmal so andere Enterprises, das ist dann so ein Stück Hardware als Controller, in dem Fall ist es einfach ein Stück Software, was das übernimmt und halt etwas kostengünstiger auch. Das heißt, dieses Klebenbleiben an einem Access Point, was ja so, das hat der Clemens glaube ich mal beschrieben von der Station in, das gibt es doch nicht. Genau, dadurch, dass der Controller alle Geräte kennt und weiß, welche kann er sie auch halt entsprechend, ich glaube er schubst sie dann teilweise auch mal in die richtige Richtung, wenn er denkt, okay, die Empfangsstärke ist jetzt auf dem einen zu niedrig, wechseln mal in das andere rein. Also so ist das Grundprinzip. Das heißt, man muss sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen, sondern kann das eigentlich so Pi mal Daumen alles ausrichten. Und wie hast du die jetzt konkret verteilt? Also einer steht hier auf der Bühne? Ja, einer ist hier jetzt auf der Bühne für die Draußen-Geschichten. In welchen Umfang schaffen die 20 Meter, 30 Meter oder was können die? Ja, also einer würde schon relativ viel schaffen, das ist halt sehr überlappend. Also wir haben hier die Twitter-Walli und wir sehen Fotos, die wollten die will man gar nicht sehen. Entschuldigung, wir sprechen über Bilder. Ja, genau, also das Aus, genau, ich habe eigentlich überall, wo ich denke, dass es gut gepasst hat bisher. Aber bisher hat sich noch keine Beschwerde, dass er nirgendwo empfangen hat. Morgen kommt noch einer in den Workshop-Raum oben und ich glaube, dann ist es auch schon fast gut ausgeleuchtet. Sehr gut, sehr gut. Alles klar, ich glaube, damit haben wir in Kurzform das, oder gibt es irgendeine Besonderheit, abrechnungstechnisch, also wie teuer ist das Ganze für dich? Ja, ich hatte halt jetzt einen Vertrag, wo, also, ja gut, kann man den Provider ja nennen, ist das so ein Telekom-Vertrag, der halt so eine Day-Flat hat. Ich habe es ja eben, glaube ich, schon mal erwähnt, die halt mit 10 Euro am Tag zuschlägt, aber dann halt wirklich Flatrate ist und keine Limits hat und, ja, das sind dann 30 Euro. So eine Veranstaltung war eigentlich eine ziemlich ideale Geschichte. Ja, also dieses Tarifmodell ist... Wenn es das echte Flatrate ist, die da nicht auch irgendwo oben anschlägt, ne? Ich glaube, jemand hat mal irgendwo, als das mal in der Freakshow diskutiert wurde, gesagt, er hat da irgendwie mal mehrere Terabyte drüber geschoben und dann irgendwann hat sich mal die Telekom gefragt, was er denn da treibt, aber das hat sehr lange gedauert, bis da mal irgendwie einer mal nachgefragt hat, weil er wohl so Videogeschichten macht und ständig so viel hochlädt und runterlädt. Aber das war, glaube ich, auch dieser Deluxe-Vertrag. Ich glaube, man kann sich ja, also es gibt ja nochmal so einen Telekom-Vertrag irgendwie für 200 Euro im Monat, wo man dann wirklich Flatrate bekommt über LTE. Ja, ich glaube, das war eher so ein Vertrag, aber das spielt natürlich in der gleichen Liga quasi. Ja, ansonsten haben wir noch eine Vodafone, um jetzt mal Provider-neutral zu bleiben, ist auch eine Vodafone-LTE-Anbindung, da machen wir das Streaming drüber. Das wird dann wieder nach Blumen abgerechnet, aber jetzt über den Studio-Link-Streaming, es sind circa irgendwie 50 bis 100 MB pro Stunde maximal. Und das lässt sich noch verkraften. Okay, dankeschön für den kurzen Einblick. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, den habe ich mitgebracht. Und zwar, es gibt den Podcast, oh, jetzt leuchtet es plötzlich. Es leuchtet, was vorher nicht wollte, schau mal. Einfach mal draufdrücken. Ja, guck mal, muss nur lange genug im Karton liegen, was auch immer. Kennt ihr den Podcast, was denkst du denn? Sehr schön. Ja. Ihr kennt den Podcast, was denkst du denn? Der wird gemacht von Nora und Rita. Und Rita ist ja per Twitter oder in der Online-Welt nicht zu erreichen. Deswegen habe ich, bin ja auch Entwickler, die, das ist die, warte mal, das steht drauf. Internet zum Ausdrucken. Das ist die Rita Molzberger Twotter-Apparatur. Twotter, das ist, das O steht für Holz, beziehungsweise Wood im Englischen. Also, es ist also quasi die Möglichkeit, Tweets auf totem Holz zu verfassen. Und ich denke, das ist doch eine schöne Methode, um mit Rita Kontakt aufzunehmen. Und wer immer schon mal den Gedanken hatte, Mensch, der Rita würde ich gerne mal einen Tweet schicken und sie ist aber nicht auf Twitter. Ich lade euch ein, an diesem Wochenende hier auf dieser Twotter-Apparatur, auf der Rita Molzberger Twotter-Apparatur, eure Grüße, Gedanken, Fragen oder was auch immer an Rita hinzuschreiben. Diese Rolle ist lang und es gibt auch noch zwei, drei zum Nachfüllen. Wenn sie alle voll sind, werde ich mich selber auf den Weg machen und sie zustellen. Damit habe ich nämlich endlich die Gelegenheit, auch mal mit Rita auf der Gartenbank zu sitzen. Also, herzliche Einladung, das zu benutzen. Okay, ich schreibe dir mal gerade, ich habe es vorgestellt, habe die App vorgestellt. Ich muss aber noch einen Zeitstimpel dazu. Komma, Applaus. Applaus. Wer gibt mir gerade mal die Zeit? Freitag, der 11. August, 23 Uhr, 38. Warte mal, die Null ist ein Hoch, 2017 und die Uhrzeit war? 23 Uhr, 38. 23. Wo ist der Doppelpunkt? Wo ist denn der Doppelpunkt? 38. So, jetzt mache ich hier ein paar Striche und dann kann der Nächste. Alles klar. Möchtet ihr auch gleich? Ja, ich mache gleich was. Super. Prima. Okay, dann können wir ja... RT. Können wir gleich zum nächsten Punkt übergehen und endlich hören... Ich habe ihn retweetet. Er hat RT getippt. Er hat RT getippt. Menschenloin. Mach aber erst noch einen Trenner. Durch drei Gleichheitszeichen. Welche Zeichen? Ja, da. Er hat einen Zeilenwechsel. Carriage Return. Achso. An dem Hebel. Achso, jetzt habe ich zwei gemacht. Egal. Das ist nicht schlimm. Das passt. Was ist denn Shift von den beiden? Der steht jetzt auf Cups Lock. Oh, oh, oh. Du schreist wieder. Drei Gleichheitszeichen, sagtest du ja. Alles klar. Mit Kraft. Achso. Die Kinder von heute, die Kinder sind mehr. Oh, ich habe es rot gemacht. Ja, cool. Macht nichts. Macht ja nichts. Meine ersten Fernlein an der Uni musste ich noch mit Schreibmaschine ausfüllen. Ja. Auf diesen länglichen... Das war ein Ding, da musste man irgendwie mit dem Hammer draufhauen, damit die Tasten da unten ging. Da kriegt man richtig Krämpfe in den Fingern. Also, wenn man sich dann einmal verschrieben hat, überlege ich mal, ob man das Buch wirklich braucht. Nee. Lass mal, komm. Warte mal, wie gehe ich eins zurück? Das gab dann diese Formulare, die dann auch durchgedrückt werden. Ja, ja, also so ein Dreifach. Ja, genau. Das war fürchterlich. Also, in der Zwischenzeit, Christopher hat gerade geschrieben, dass Luthers Thesen heftiger sind als erwartet. Und es sei kein Wunder, dass sowas die Reformation ausgelöst hat. Und wir sehen schon zwei von drei leeren Flaschen. Also, nicht schlecht, super, super. Es gab ja auch drei Versionen davon. Ich merke gerade, irgendwie verträgt sich das Ding nicht mit Brille, Kopfhörer und... Eben. Ich mache später. Ich bin gerade nicht kreativ. Macht nicht. Ihr könnt es auch abnehmen. Also, ich will doch ja nicht hier irgendwie, wie sagt man, Kasteien. Was vorhin interessant war, Sebastian hat tatsächlich mir gesagt, dass er so eine Maschine in echt noch nie in der Hand gehabt habe. Das sieht man. Wer hat denn schon mal von euch eine mechanische Schreibmaschine bedient? Guck mal, alles Kenner hat es. Man kann den Tweet übrigens auch löschen. Ja, ja, ja. Ich habe Löschpapier dabei. Lassen wir uns später. Dann stelle ich die einfach hier vorne an den Bühnenrand. Und das ist also die Aufforderung an euch. Wenn ihr Rita Molsberger eine Nachricht schicken wollt, das ist die Gelegenheit Nummer eins. Die bleibt auch noch bis Sonntag hier oder drinnen stehen. Und man kann immer mal wieder zur Freude der Drumherumsitzenden drauf rumhauen. Okay. Oh, jemand hat es fotografiert. Hilfe, Hilfe. So, weiter im Text. Jetzt kommt endlich zum Glas. Du hast uns ein Thema mitgebracht. Während du das sprichst, werde ich mal eben kurz verschwinden. Ja, alles klar. Gut. Ja, Thema, das werden viele, viele sicherlich mitgekriegt haben. Diese Woche war Sendeschluss beim Explicator. Oliver Wunderlich und Ellen Anders, die haben dieses Projekt beendet und ein neues angefangen. Dieses Projekt heißt Morgenradio. Und der Explicator ist ein kleines bisschen da drin aufgegangen. Also zu finden ist dieses neue Projekt unter morgenradio.de. Aber die beiden gehen da einen neuen Weg bei. Das ist ein kostenpflichtiges Angebot. Dazu soll es dann tägliche Folgen so unter der Woche geben, die man gegen Bezahlung eben hören kann. Es gibt aber auch immer fünf kostenlose Folgen. Und in jeder Woche kommt eine neue kostenlose Folge dazu. Und dafür fällt die älteste aus dieser Liste von fünf Stück wieder raus. Wie die beiden sich das genau vorstellen und welche Bedenken die eigentlich selber dabei haben, das kann man sehr schön in der letzten Abschiedsfolge des Explicators hören. Es gab ja vier Abschiedsfolgen und in der letzten davon erzählen sie so ein bisschen ihren eigenen Blick auf das Morgenradio und welche Gedanken die sich machen. Das ist also die Folge vom 9. August. Und wer sich über das Morgenradio an sich noch genauer informieren möchte, der kann am besten bei morgenradio.de sich mal das Infovideo angucken. Und da ist dann schon einiges erklärt. Und ja, schade, dass der Explicator weg ist. Ich habe ihn wirklich sehr gern gehört. Irgendwelche... Wir auch. Wir auch. Ja. Ich durfte ja noch bei der Schlusskala mitmachen, wie viele andere auch. Einen kleinen Beitrag noch da rein. Ich weiß nicht, die letzte Folge, wo er dann nochmal kurz erzählt hat, was denn demnächst kommt zusammen mit Ellen. Ich habe gemerkt, wie nah ihm das gegangen ist. Ganz am Schluss, ja. Da ist mir echt das Herz, das hat mir auch das Herz geblutet. Ich habe auch so ein bisschen Kloß im Hals dabei. Ja, ja, wirklich. Ich habe ihn ja auch wirklich so quasi auf dem ganzen Weg auch mitbekommen, vom ersten Mal bis auch, lustigerweise war ich mal bei ihm zu Besuch ausgerechnet, dann als er gerade Ellen kennengelernt hatte. Da hatte er schon den Termin wieder ausgemacht und sagte, will dich jetzt nicht ausladen, aber ich müsste jetzt heute Abend doch mal woanders schlafen. Ob ich mich jetzt wieder erzähle. Aber jedenfalls, insofern habe ich da echt mitgelitten mit ihm jetzt in der letzten Folge und wünsche ihm natürlich alles Gute, dass das mit dem Morgenradio auch so klappt, wie er sich das vorstellt. Ja. Das ist ja Großes vorgenommen. Also ich glaube, 5 Euro soll es kosten, habe ich in der Richtung im Kopf gehabt, für die, wenn man alle haben möchte. 5 Euro in einem Monat, genau. Das wären dann so ungefähr 21 Folgen. Und ja, der Explikator, also diese Folgen sind so aufgebaut, dass sie weiterhin ein Thema behandeln und darüber unterhalten die beiden sich. Und der Explikator wird also sozusagen so, ist so ein Einschub, wo also über dieses Thema dann einmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Erklärbeherr kommt. Und danach unterhalten die sich eben weiter und es gibt auch weiterhin Musik. Also es ist nicht völlig fremd vom Explikator, es ist aber schon ein bisschen anders. Also ich höre mal rein. Auf jeden Fall. Gut, dann mache ich einfach mal weiter mit dem nächsten Thema, weil ich weiß nicht, hast du noch irgendwas dazu? Ich, ja, nee. Also im Sendegate gab es auch eine Diskussion. Oh, die ist mir noch entgangen. Ja, also um das Nachfolgeprojekt und das Ende des Explikators, ja. Das können wir vielleicht nochmal verlinken. Ja, das packe ich nachher in die Show. Ich habe das jetzt aber auch nur überflogen und nicht weiter verfolgt. Also da kann man vielleicht auch nochmal ein paar Infos oder so. Ich weiß es nicht. Gut, der Martin kommt auch gerade zurück. Vielleicht will er noch was dazu sagen. Ah, er braucht noch eine Sekunde. Dann budert sich das Näschen. Möchtest du noch was zum Explikator sagen? Ja, also Blütenschätze. Ja, im Rahmen der Blütenschätze. Das meine ich ja auch, genau. Jetzt habe ich ja nicht gehört, was du gesagt hast. Ja, Abschied, Explikator, Neustart, Morgenradio, da waren wir. Das ist eine interessante Geschichte. Jetzt sage ich doch noch was dazu. Der Oliver hat ja quasi angefangen zur mürtigwürdiger Selbsttherapie. Wenn man das so verstanden, wenn man das so gehört hat. Und das Projekt Selbsttherapie ist jetzt zu Ende und es beginnt was ganz anderes. Ich fand die, um quasi meinen Blütenschatz vorwegzugreifen, also die Verabschiedung war einfach sehr, sehr ergreifend. Also die letzten Worte, die er da gesprochen hat, die sind mir echt so richtig in die Seele gefahren. Und man hat wirklich schon auch deutlich, sehr deutlich gemerkt, dass ihn das auch aus tiefster Seele kam. Und das ist, das war so ein, ich fand es sehr traurig und ich musste auch mitleiden in dem Moment. Aber irgendwie diese emotionale Dichte, eine, wenn man so will, eine besondere Podcast-Situation. Also in den vielen Folgen, die man so hört, gibt es immer mal so Momente, oder wie ich so höre, gibt es Momente, wo ich persönlich sehr ergriffen bin. Und plötzlich und manchmal unerwartet, dass sie so, hu, und das war so einer. Und das fand ich ausgebrochenen Tag. Und ich kann Ihnen auch verstehen, dass es Ihnen schwerfällt, das loszulassen. Andererseits gibt es natürlich immer für alles irgendwo auch ein Ende. Was ist möglicherweise genau der richtige Weg, den Sie da gehen? Das weiß man nicht, das muss sich erst zeigen. Und dieses komplette Auf-Bezahl-Modell-Gehen ist ein Risiko. Ich sehe das auch mit so, es gibt auch Dinge, die dagegen sprechen. Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Also ich drücke Ihnen beiden alle Daumen und sage, toi, 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 Explikatorin und Explikator, mal gucken, was draus wird. Okay, haben wir das. Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar hat es vor ein paar Jahren jemanden gegeben, der gesagt hat, das Prinzip Podcasten, das habe ich erfunden, ich habe darauf alle Rechte und jeder Mensch auf dieser Welt, der das Prinzip Podcast anwendet, der ist mir sozusagen zahlungsverpflichtet. Und es hat jetzt inzwischen ein Gericht dazu getagt, gesessen und hat etwas entschieden. Lars hat sich das mal genauer angeguckt. Ja, das US-Patentamt hat also 2015 schon ein Patent für nichtig erklärt, das eben dieses Podcasting betraf. Und dieses Patent gehörte einer Firma namens Personal Audio. Die Bezeichnung des Patents lautete System for Disseminating Media Content Representing Episodes in a Serialized Sequence. Also ungefähr sowas wie System zur Verbreitung von Medieninhalten in Episoden, in einer Serie oder halt in einer serialisierten Sequenz. Und das klingt schon ziemlich nach Podcasten, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Im Jahr 2014 hatte also diese Firma Personal Audio Podcaster in Regress genommen. Und macht es nur Spaß. Einfach trinken und genießen. Ich habe noch einen Schluck Bier getrunken, deswegen für alle Audio-Verfolger hier. Das war der Grund. Also diese Personal Audio Firma, die hat also Podcaster in Regress genommen, weil die eben angeblich dieses Patent verletzt hätten. Und die EFF, also die Electronic Frontier Foundation, die hat über Crowdfunding finanziert dann eine Überprüfung dieses Patents veranlasst. Und im April 2015 hat, wie gerade schon gesagt, das US-Patentamt, also dieses Entschieden, dass die im Patent genannten Vorgänge eben nicht patentierbar sind. Und Daniel Naser von der EFF sagte damals, Podcasting gibt es schon für viele Jahre und es gehört nicht dieser Firma. Und Personal Audio war damit überhaupt nicht einverstanden. Und dann landete die Sache eben vor dem Berufungsgericht. Und dieses Berufungsgericht, und da kommen wir dann in den aktuellen Teil, hat jetzt am 7. August dieser Berufung nicht stattgegeben. Also soweit erstmal gute Nachrichten. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz ausgestanden. Vielleicht, denn Personal Audio könnte also noch das oberste Gericht, also das höchste Gericht in den USA ansprechen, nämlich den Supreme Court. Aber die EFF hat gesagt, wir kämpfen da auf jeden Fall weiter. Aber wie das dann jetzt weitergeht oder ob, das steht noch aus. Okay, also gar nicht diese Entwarnung, die ich jetzt gerade wahrgenommen hatte, Berufungsgericht hat erstmal gesagt, ihr habt Unrecht, eure Berufung ist abgewiesen, das Patentamt hat Recht getan. Aber man muss mal gucken, ob Personal Audio da jetzt noch den letzten Schritt zum höchsten Gericht weitergeht oder nicht. Ziemlich skurrile Geschichte eigentlich, dass jemand sagen kann, die Art und Weise, wie ihr Audio verbreitet oder wie ihr Briefe schreibt oder so, das gehört mir. Ja gut, das ist ja generell das Problem an diesem amerikanischen Patentsystem, dass das ja nicht wirklich gut ist. Also das funktioniert ja eigentlich nicht so gut. Mittlerweile, die Gerichte sind ja auch total überfordert, also die beschweren sich ja schon über die massiven Patentklagen, die da immer wieder auftreten und haben keine Zeit für andere Sachen oder sind da total überlastet mit. Also das ist wirklich ein großes Problem in den USA, wie ich das wahrnehme. Ja gut, aber Überlastung heißt ja vielleicht nur, das wird auf die lange Bank geschoben und das Urteil kommt nicht im nächsten Jahr, sondern erst in zehn Jahren. Aber dass es überhaupt kommen kann, das ist doch das Skurrile eigentlich, finde ich. Ja, ja, also generell das System dahinter ist schon, also das ist nicht, also auch die Prüfung, ich habe das jetzt nicht im Detail alles drauf, aber es ist schon sehr skurril, was das für Auswüchse annimmt. Ist aber jetzt erstmal auf den amerikanischen Raum erstmal bezogen. Also es hat ja mit dem, also es müsste ja entsprechende Patente hier auch geben, damit es, glaube ich, rechtsfähig ist. Es gibt jetzt so, glaube ich, internationale Geschichten, aber die sind dann auch nochmal extra. Aber deswegen hat es für uns jetzt eigentlich eher weniger Bedeutung, das sei denn, man hat irgendwas im Export oder so damit zu tun, ja. Aber ist jetzt nur meine Laienmeinung, was ich so davon aufgenommen habe. Kann sein, dass es rechtlich doch nochmal irgendwelche anderen Komplikationen geben kann. Wirkung, hast du das schon mal wahrgenommen gehabt? Überhaupt noch nicht, das wäre ich zum ersten Mal. Ich frage mich gerade, ob es sinnvoll wäre, sozusagen das deutsche Patent dafür mal zu beantragen, einfach um es dann zu sichern. Ich würde sehr stark davon ausgehen, dass das deutsche Patent dann sagt, dass es Stand der Technik ist und nicht patentierbar fähig ist. Man müsste es einfach mal prüfen vielleicht, also bevor die Nachbarn auf die Idee kommen. Dass man es einfach mal schriftlich hat, dass es einen Vorgang gibt sozusagen, non est in actis, non est in mundo. Wenn man es einfach schriftlich hätte, dann wäre das natürlich schon mal quasi was, wo man dann später mit wedeln kann, weil da doch jemand auf die Idee kommt. Kannst du das für die Nicht-Lateiner nochmal kurz übersetzen? Was nicht in den Akten steht, ist nicht in der Welt. Ah, okay. Also don't fix it or it doesn't happen oder so. Ja, genau. So quasi nur mit Dokumentchen. Ja, genau. Es muss also irgendwie belegt sein. Genau. Okay, dann haben wir das durch. Das war der Punkt selber. Das war der Punkt. Dann möchte ich nochmal eben den Mikko fragen, möchtest du nicht vielleicht doch einen Schluck Goldbrandt probieren? Es gibt dringenden Bedarf aus dem Publikum. Ja, unbedingt. Ja, dass du vielleicht... Achso, dass ich das trinke. Ja, dass du es trinke. Wir wollen wissen, wie sich deine Stimme danach anhört. Also Sebastian hat mir ja erzählt, vor zwei Jahren hat er Goldbrandt getrunken und hat er Erfahrungen gemacht, die er dann nie wiederholen wollte. Hilfst du dir selbst, dann hilft dir Gott oder Gott. Meine Stimme war so schön, dass ich das nicht ertracht. Oh Gott. Ich muss morgen noch sprechen im Mikro sprechen. Wenn du diesmal einen nimmst, klappt es vielleicht. Nimm erst mal einen ganz kleinen Schluck. Ich muss ja noch Auto fahren. Jeder hat noch einen Wenz, zig und Schluck. Ich muss doch noch Auto fahren. Ja, ich muss doch schon hier literweise... Mehr, oder? Nee, nee, weniger. Okay. Achso, du willst mich. Nein, nein, nein. Eine... Ein Näpfchen. Danke, dass... Eine Neige. Ein finken Näpfchen. Ist es denn wahr? Jetzt trinken wir schon wieder Goldbrandt auf der Bühne. Meine Güte. Ja gut, dann... Das war schön mit euch. Hoch die Gläser. Hoch die Tassen. Tschüss. Es schmeckt noch wie damals. Also gegen das eine und ein Bier ist das ja Limonat. Ist das schon belieblich. Okay, kommen wir weiter. Wie wäre es mit einem Mischgetränk? Ich glaube, das explodiert. Das wäre methodisch inkorrekt. Also Udo hat eine... Das geht nur in Saal 3. Ja genau, das geht hier nicht da draußen. Das geht hier nicht draußen. Ich glaube, Udo hat einen Mix gefunden, der ganz gut schmeckt mit irgendwas. Aber das werden wir, glaube ich, morgen erfahren. Bitterlemon. Bitterlemon. Obwohl ich hörte, dass auch letztes Jahr Mate mit Goldbrand getrunken wurde. Aus reiner Verzweiflung. Genau. Was auch immer. Lass uns diese Themen lieber an andere Podcasts weiter... Der fröhliche Geschmack des harmonischen... Was? Bogut? Ne, Bokehs. Zeichnen diese Spirituosen-Spitzel, die sind besonders aus. Weich. Ja, total besonders. Das Bokeh, ja. Komm, lass uns zum Kalender kommen. Damit wir ins Bett kommen. Ins Bett. Ins Ballett. Ins Beat. Ins Bett. Nein. Lautes Getier hast du da immer. Ja, es geht bei mir auch noch schon wieder weiter. Die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Sende-Gate, aus dem Termin-Wiki. Diesmal habe ich den Redaktionsschluss etwas vorgezogen. Das war vorgestern, am 9. August. Wenn also in der Zwischenzeit was passiert ist, dann habe ich das in dieser Liste nicht mehr mit dabei. Los geht's genau wie beim letzten Mal, glaube ich. Ne. Ne. Letztes Mal hatten wir noch Podstock davor. Aber... Das verlinkt vorbei. Das gehört zu den Akten. Ja, ja. Doch, es gibt noch Tagesgarten für morgen. Ich glaube, ich werde müde. In vier Minuten ist morgen. Ja, ich hab das schon zu. Ist schon zu. Ja. Und wenn da jetzt einer morgen früh vor der Tür steht und sagt, ich will hier rein. Äh. Ja, dann werden wir eine Lösung finden. Ah. Barzahlung. Barzahlung. Gut, dann. Also auch am 12. August findet in Sorschied noch das Podstock statt. Eine Mischung aus Barcamps. Äh. Ich wünsche dir das super. Also. Und das, was ich sonst immer gesagt habe. Und der ganze Rest. Du kannst ja eine Wetterprognose jetzt. Es wird regnen. Verdammt. Martin, hör auf. Komm, du beschluck Goldbratt. Das hilft. Gott, 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 Gott. Gott, Gott, Gott. Oh. Am Tann des Streams aus technischen Gründen. Ah. So, jetzt. Jetzt lache ich über deinen Lachkramm. Und kriege einen Lachkramm. Das kann ich. Ah. Wieso? Ist was? Das Stream hat geleckt. Ah. Ja. Mein Gott. Ja gut. Jetzt aber es auch mal. Göttchen. Das, was ich sonst immer sage. Also los geht es dann diesmal mit dem Podcast Mieter München. Das gibt es am 1. September im Sendlinge Augustinus. Augustiner. Beginn ist offiziell um 19.30 Uhr. Aber meist kann man schon um 19 Uhr da jemanden antreffen. Geplantes Ende ist da um 23.30 Uhr. Am 5. September gibt es dann ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Der Ort steht auch weiterhin noch nicht fest. Die Zeit aber schon. Das findet statt von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Es soll um Audiobearbeitung gehen. Aber auch weiterhin sind Vorschläge noch willkommen. Der 13. Potterpler-Stammtisch ist dann auch noch. Der ist am 7. September ab 19 Uhr. Und neu eingestiegen in den Veranstaltungskalender ist der zweite Podcast-Stammtisch. Das ist eine Bottle-Party und die ist im Buchladen Nippes in Köln. Start ist da um 19.30 Uhr. Dann schon mal erwähnt hatte ich auch die Digitale Woche Kiel. Die ist vom 16. bis zum 23. September. Und im Rahmen dieser Veranstaltung geht es mit den Daniela Sonders und Christoph Krenz vom ESC-Schnack auch ums Podcasting. Und am Freitag, also am 22. September, gibt es am 20 Uhr ein Come-Together. Und am nächsten Tag, also am Samstag, da soll dann tagsüber gepodcastet werden. Zum vierten Mal treffen sich dann im September auch die Wissenschaftspodcasterinnen. Das Treffen heißt Ganzohr. Das ist diesmal in Innsbruck. Und da gibt es viele, viele Infos und dafür gibt es eine eigene Webseite. Der Link ist allerdings schwer blöd vorzulesen. Deswegen, den findet man am besten auch im Sendegate wieder. Dann ist der International Podcast Day am 30. September. Der möchte Podcasting weltweit bekannt machen. Und was das alles eigentlich bedeuten soll, wie das funktioniert und wie man da noch mitmachen kann, das erfährt man im Web unter internationalpodcastday.com. Bewusst auf den gleichen Tag gelegt, also auch auf den 30. September, wurde das Franken-Podcast-Meetup in Nürnberg. Das startet um 10 Uhr. Und am 6. Oktober gibt es wieder den Pottruhr-Stammtisch. Der findet wieder statt im Unperfekthaus in Essen. Und das ab 19 Uhr. Und ich mogel ein kleines bisschen und schaue ganz leicht über die drei Monate hinaus. Nämlich vom 27. bis zum 29. Oktober ist wieder das Subscribe. Das ist eine Konferenz, ein Workshop und ein Community-Treffen für PodcasterInnen, PodcasterInnen, EntwicklerInnen, engagierte HörerInnen, interessierte ForscherInnen und andere aufgeschlossene Menschen, die sich aktiv in die Gestaltung und Zukunft des Podcastings einbringen, sich mit anderen Menschen vernetzen und sich selbst und andere weiterbilden möchten. Dieser Satz wurde nicht fürs Hören geschrieben. Ich wollte sagen, so wie du das immer sagst. Wie letztes Jahr findet das auch statt, dieses Mal in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Die Webadresse subscribe.de leitet dann auf die richtige Seite weiter und da gibt es jede Menge weitere Infos. Ja, das waren die Veranstaltungen für diesmal. Weitere Links zu den ganzen einzelnen Terminen gibt es im Termin, Vicky. Alles klar. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Chronistenarbeit. Könnt ihr noch einen beisteuern? Ja, immer her damit. Jetzt habe ich natürlich das Datum nicht. Die Archäomediale. Das ist ein bisschen ein spezielles Themengebiet, aber es sollen dieses Jahr, ich glaube, es wird auch das letzte Mal, auch Podcasts vorgestellt werden, die mit archäologischen Themen zu tun haben. Ich erzähle das natürlich nicht ohne Grund. Ich habe auch davor teilzunehmen. Es ist im September. Hast du das vielleicht gefragt gefunden? Gut, selber nochmal sagen. Vom 11. bis zum 14. Oktober. Oktober, richtig, genau. Oktober. In Brandenburg. Im Pauli-Kloster? Genau, im Pauli-Kloster ist das Landesmuseum dort. Kann man nicht verfehlen. Großes, großes, großes Museum. Und es ist also ein übermediales Ding mit Filmvorführungen, aber eben auch mit Podcasts. So jedenfalls der Plan. Okay, wunderbar, super. Nehmen wir das mit. Ja, ist in den Shownotes auch. Findest du da wieder. Ganz fantastisch. Jetzt kommt normalerweise die Rubrik Setzlinge. Wir haben aber jetzt keine vorbereitet, weil wir gedacht haben, vielleicht hat einer von euch einen neuen Podcast gesehen, erkannt oder sogar selber in Planung und hat Lust dazu, was zu sagen. Oder wir fragen unseren Gast, was es mit... Märchen von Übermorgens auf sich hat. Ja, die Märchen von Übermorgens... Aber warte mal, wir haben noch einen Trenner. Wir müssen doch erst noch die Vögel zwitschern lassen. Jetzt bin ich schon weitergesprochen. Ja, Entschuldigung. Erstmal ein Zwitschern. Entschuldigung. Goldbrand wirkt. Ich weiß aber, du vom Einatmen anscheinend... Sehr, sehr, sehr... Sagt der habe magische Kräfte. Ne, das war was anderes, ja. So, also hat jemand... Wir haben ein fliegendes Mikro. Sonst redet... Mirko. Das ist wie eine Drohung. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Es ist deine Redezeit. Meine Redezeit. Also zum einen natürlich die Märchen von Übermorgens. Die sind allerdings jetzt nicht ganz so neu. Wir sind jetzt eigentlich kurz vor der fünften Episode. Sagt mir, wenn es falsch liegt. Ich glaube, es müsste fünfte Episode sein. Das ist ein Steckling. Genau, es geht nämlich darum, um die wunderbare, leider viel zu früh beendete Fernsehserie Raumfahrt-Trollier Orion. Und dort verpodcasten wir jeweils eine Folge. Das heißt, es ist absehbar, wann das Ganze zu Ende ist. Es hatten die ganze nur sieben Episoden. Und wir wollen morgen live am Podcast-Tisch die fünfte Episode aufnehmen. Die wird dann hoffentlich dann auch in Kürze zu hören sein. Ich denke, wir suchen allerdings noch, das kann man gleich hier gleich noch aufrufen, das Bügeleisen. Das Bügeleisen auch. Aber das haben wir eigentlich schon gefunden. Wir suchen eigentlich noch eine weiblich-Mit-Podcasterin, die sich schon irgendwie mit weiblich-Mit-Podcasterin ist doppelt gemoppelt. Aber jedenfalls suchen wir etwas noch weiblich-Unterstützung, weil es auch in dieser Folge doch um sehr genderspezifische Fragen geht. Und da wollten wir uns gerne Unterstützung holen, Sachkundige sozusagen. Wenn sich jemand hier berufen fühlt im Publikum. Das ist aber sehr schön. Ich glaube, das ist doch sehr antiquiert. Eben. Und daher dachten wir, das ist eigentlich ganz sinnvoll, dass nicht drei Männer alleine über das Thema reden. Das könnte vielleicht genau nach hinten losgehen. Und daher wollten wir uns gerne ein bisschen Unterstützung dazuholen. Also da wäre ja jemand, ich könnte ja direkt jemanden so... Ja, ja, wir haben gefragt, aber die kennen sich alle nicht mit dem Metier aus. Müssen wir morgen nochmal rumfragen. Vielleicht dann in der Größenrolle noch jemand. Ich dachte, das ist eine Serie. Und gibt es bestimmt auch... Genau, eine Serie ist eigentlich mit tollen, starken Frauenfiguren. Passenderweise sogar den Bechtel-Test schaffen. Also es gibt auch Frauen, die miteinander reden und nicht über Männer reden. Oder? Ich glaube. Ja, was der Glauben ist, nicht wissen. Stimmt. Kann aber zur Gewissheit werden. So ist es. Aber schöne Überleitung. Ich werde noch einen anderen Podcast planen. Ich mache das aus der Hüfte. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ich schon über den geredet habe. Nein, so meinte ich das jetzt nicht. Ach so, über das aus der Hüfte. Ja, genau. Passt ja auch. Und zwar den Sektar-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal geredet habt. Sektar. S-E-C-T-A. Ja, den hatten wir doch. Hatte ich ja schon. Ach so, dann braucht es. Ja, aber bitte raus damit. Was sagst du dazu? Ich glaube, in die sechste Runde jetzt. Ich bin auf der Herinfahrt gerade noch die letzte Folge gehört. Da ging es um die... Wie heißt der? Die Kirche Satans? Church of Satan. Aha. Und zwar, der Gut Fabian macht da in lockerer Folge immer wieder ein spezielles Thema auf über Sekten. Wie der Name schon sagt. Und zwar als... Hornissen. Ist es Sekten? Sekten, genau. Ich musste über den Witz vorhin auch schon denken. Entschuldigung. Danke, dass du den Rad kaputt gemacht hast. Das war toll. Ja. Nee, jedenfalls, er macht das wirklich super. Er ist auch vom Fach. Er ist, glaube ich, auch Theologe oder Religionswissenschaftler und macht das in einer wirklich sehr charmanten und sehr objektiven Art und Weise, dass man selbst als Atheist, der ich bin, großen Spaß hat, da zuzuhören und sich zu informieren. Und kann ich nur empfehlen. Sekter Podcast macht jetzt gerade eine Sommerpause, wie ich gehört habe, aber kommt bald wieder und immer wieder mit spannenden Themen. Fiat Lux ist schon dabei gewesen. Zeugen Jehovas werden demnächst kommen und vieles mehr. Also es ist schon sehr, sehr spannend, was sich da der Fabian da gemacht hat. Einen tollen technischen Aufwand mit viel Versuche, Interviews zu führen oder mit Audiomaterial, das er gesammelt hat. Also kann man echt nur reinhören. Schöne Empfehlung. Dankeschön. Aber wo du gerade sagst, du bist Atheist, also gibt es das Etikett Atheist. Bist du auch Pazifist? Natürlich. Atheist ist ein Pazifist. Nein, nein, weil ich habe ja Fotos gesehen, die auch mal Travis gemacht hat in Amerika, wo du stark gemacht hast, vor der Standuhr stand. Richtig, ich wollte ja nur, es gibt auch noch eins mit dem Motorrad. Ja, der gute Travis hat natürlich auch Schusswaffen. Er ist selber auch Pazifist, aber das schließt sich da nicht aus. Das schießt sich nicht aus, ja. Das schießt sich nicht aus. Und die, oh jetzt, wenn die, langsam können wir sie unter der Tür durchschieben. Füße hoch, der Witz kommt flach. So ist es. Naja, wir hatten eine alte Windschwester da und wir hatten irgendwie zu viel Alkohol und zu viel Spaß und das hat sich dann solchen Bildern dann wieder geschlagen, genau. Zwischenruf aus dem Publikum? Zwischenruf? Kein Zwischenruf. Die reden würden, die, achso. Jetzt ist es schon Mittaggespräch. Das ist schon interessanter da unten als hier oben. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass ich so langsam mal, äh, weiter machen. Willst du weitermachen? Oder gibt es noch welche Sitzlinge? Oh ne, das war es dann, ne? Nein. Fehlungen. Habt ihr? Achso. Sitzlinge habe ich das mal nicht. Wollt ihr? Nein. Genau. Hat er nicht gerade Sitzlinge gesagt? Ja. Ja, wir sind doch jetzt bei Blütenschätzen, oder? Nö. Warum nicht? Wir haben doch die Sitzlinge durch. Ich habe das Publikum gefragt und dann habe ich ihn doch nach dem Orion-Podcast. Ja, da hast du selber noch von Stecklingen geräudelt. Ja, Sitzlinge schrägstrich Stecklinge. Also waren wir doch da noch. Wir sind auch nicht bei dem Blütenschätzen. Ich wollte es aber doch jetzt abschließen. Ja. Das mit den Sitz- und Stecklingen. Ich hatte nicht so verstanden, dass du schon bei den Blütenschätzen meintest zu sein. An der Schwelle zu den Blütenschätzen. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Ich bin nicht leise. Ich habe schon runtergestellt. Wir sind dezent. Blütenschätze sind ja die Dinge, die uns in der letzten Zeit besonders bewegt haben. Das kann eine Podcast-Episode sein. Das kann aber auch irgendetwas anderes sein. Aus dem Podcast-Land würde es sich natürlich anbieten. Aber natürlich auch irgendwas anderes. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Verabschiedung vom Explikator hatte mich besonders bewegt. Lars guckt mich gerade mit schmalen Lippen an. Ich habe genau das gleiche mir rausgesucht als Blütenschatz für dieses Mal. Er hat ja vier Episoden produziert. Einmal so seine persönliche Best-Off der Musik, dann einmal Rückblick anderer Podcaster auf sein Format und Verabschiedungen und so weiter. Dann sein persönlicher Rückblick auf den Explikator, sehr viel von diesen Hörspielfolgen und eben am Schluss der eigentliche Abschied und der Ausblick auf das nächste. Und ich fand alle vier Folgen so toll, dass alle diese vier Folgen zusammen eben mein Blütenschatz sind. Und wir haben unabhängig voneinander genau beide exakt dasselbe als Blütenschatz gewählt für dieses Mal. Ja. Habt ihr noch was? Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz oder hat die Podstock-Vorbereitung dich komplett absolviert? Ja, ich gucke jetzt noch gerade. Das würde mich nicht wundern. Ja, ich habe tatsächlich, diesmal muss ich passen. Mach doch nichts. Ich war jetzt noch mal gerade am durchblättern, aber das ist jetzt nichts erwähnenswertes. Um einen Spruch von damals abzuwandeln, mehr Mut zu keinem Blütenschatz. Mirko, hast du irgendwas erlebt in der letzten Zeit oder gehört in der letzten Zeit, was dich irgendwie besonders bewegt hat? Viel gehört. Ich muss gerade überlegen, was ich irgendwo passendes einflechten kann. Es ist natürlich vorhin schon mein Pulver verschossen. Was ist das? Genau. Es ist nass geworden. Es ist nass geworden, genau. Meine Hund hat das Pulver geklessen. Aber ich könnte vielleicht noch an dieser Stelle nochmal den Nachgefragt-Podcast pluggen. Wo ich tatsächlich neulich... Es gibt doch immer diese schönen Momente, wo man sich erinnert, wo man welche Podcasts gehört hat. Kennt ihr sicher auch, ne? Ja. Später nochmal irgendwo... Entweder kommt man nochmal an dem Ort vorbei oder man hört nochmal den Podcast. Und mir ging das so... Ich hatte den schönen Podcast von... Ach, jetzt steht mir der Name gerade ganz schlimm. Es muss am Goldbrand liegen. Die Bibelmacherin vom Nachgefragt-Podcast. Ach Mensch, das ist ganz schlimm. Die würde mich lünchen. Also ganz, ganz liebe Person, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen, verdammt. Dann wird sie eh auch nicht lünchen, sondern auskitzeln. Zu Tode kitzeln. Vermutlich, vermutlich. Aber sie hat ein wunderschönes Format aufgemacht, ein Nachgefragt-Podcast. Da geht es um skeptische Gedankengänge und sie sucht sich immer entsprechende Experten zum Thema. Und ich hatte dann über die Abnehm-Strategien ihre Folge gelesen, während ich gerade im Auto saß und Gummibärchen vor mich hundfutterte. Und ich dachte in dem Moment, verdammt, jetzt ist die aber schon offen. Und jetzt habe ich das Schlechte gewissen, das wahrscheinlich auch so ein bisschen Thema bei dem Ganzen war. Und insofern, das fand ich auch einen sehr lustigen Podcast-Moment. Prima. Sieh schön. Dankeschön. Dafür und für deine Mitwirkung hier bei uns in unserem kleinen Sendegarten. Michi. Michi Vogt. Michi Vogt. Michi Vogt. Michi Vogt. Michi Vogt. 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 V-O-T-H. V-O-T-H. Oh, Michi. So. Notiert. Aber wahrscheinlich hat das der Lars längst schon recherchiert, hat schon den Feed dazu gefunden. Also unser Lucky Luke auf der Tastatur. Keiner schreibt stiller. Schon schneller als sein Schatten. Genau. Schon schneller als sein Klickern. Alles klar. Leute, ich bin durch. Also meine mit dem Programm. Aber auch, ja. Nach dem Bier und nach dem Volk. Ich hoffe, das Publikum ist trocken geblieben. Seid ihr trocken geblieben? Ja. Super. Es geht schon Daumen hoch. Ganz klasse. Super Publikum. Und nochmal einen großen Applaus auch für den lieben Menschen, den ich jetzt leider nicht sehe, der immer hinten die Plane leert, damit nicht der Sturzbach sich auf den Rest... Der Nicht-Regenmacher. Der Nicht-Regenmacher. Ja, wir haben gesagt, der Drain-Man. Der Drain-Man. Vorhin meinte ja auch, jemand Ponstock würde umbelangst zu Trockendock. Wäre ja auch schön. Ich kann auch überlegen, ob wir das irgendwie in den Claim einbauen. Ja, dann sage ich einfach Dankeschön. Ich fange mal an. Dankeschön Lars. Ja, danke auch. Für Mitwirkung und Dabeisein und überhaupt Gestaltung und so weiter. Dankeschön Sebastian. Gerne. Ich danke auch. Fürs Einrichten, fürs Neustarten und was du auch immer auch gemacht hast in zwischendurch. Fürs Amlaufen halten. Einrichten, Amlaufen halten. Dankeschön Mirko für einen spannenden Einblick in die Archäologie und in deinen Podcaster schaffen. Hätte noch viel, viel länger sein können, habe ich gemerkt. Also wenn man mal so, wie haben wir noch so, neben, also nah dran jedenfalls. Wie war das noch? Ja, man kommt doch wieder von einem Thema zum nächsten, also wir hätten noch einiges drin gesteckt. Aber wir wollten ja gerne mit unserem Publikum spielen und das hat ja ganz wunderbar mitgemacht. Deswegen geht ein ganz, ganz großer Dank an diese wunderbaren, unglaublich belastbaren Menschen da unten. Sie haben in der Kälte, in der Feuchtigkeit von Sorscheid ausgeharrt und es ist, wie Vicky sagte, tatsächlich der Sendegarten-Fanclub. Das sind die Ultras, genau. Das sind die Harten, denn nur die Harten kommen im Garten. Man muss ja auch mal sagen, sonst ist ja Podcast-Format das Schöne, man kann sich das jederzeit anhören, im Trockenen, auf dem Sofa, wann immer man will. Und das sind wirklich eingefleischte Fans, wenn die sogar mitten im Regen, die mitten nach Sorscheid mitten in uns zurückkommen, um sich uns anzuhören. Also das ist ganz groß. Ich hatte eben schon Tweets gelesen, dass sogar im Haus quasi das Team gehört wurde. Echt? Ja. Also die haben sich nach innen verzogen und hören ins Team dann quasi dort. Die Trockendocker. Ja, die Trockendocker. Ja, danke auch, dass ich da sein durfte. Gerne, sehr gerne. Hat viel großen Spaß gemacht, gerne wieder. Dann kommen wir den Rest der Archäologie nochmal auf Drüben. Irgendwann machen. Ja, gut, sehr gut. Ja, ich sehe schon, das Team nickt auch, zumindest zur Hälfte. Ich glaube, Sebastian muss langsam ins Bett, oder? Du hast so, deine Augen sind so ein bisschen, ist da noch jemand drin, sozusagen? Alles gut. War ja nicht wenig Arbeit. Aber wir danken aber auch an alle, die jetzt das Ganze mitgebracht haben, live zu Hause und später auch in der Konserve. Ja, es wird eine Konserve geben. Und für alle Menschen, die jetzt durch mehr oder weniger Zufall in dieses Format reingeraten sind und sonst den Sendegarten nicht kennen, das gibt es tatsächlich regelmäßig. Wir haben heute eine Sonderfolge gemacht, ein bisschen mehr Spökes machen wir sonst nie. Das ist erstmal alles total steif. Das kommt alle 14 Tage. Donnerstagsabends wird es live aufgezeichnet und ein paar Tage später kommt es dann in die Konserve. Genau. Sebastian, was ist passiert? Nichts, alles gut. Ich habe nichts erwähnt, du hättest gesagt. Das, damit gehe ich jetzt hier. Ein schönes Schlusswort. Ja, genau. Ich wollte sagen, kommt alle gut nach Hause. Nein, kommt alle gut ins Bett oder in den Schlafsack oder wohin auch immer und dann eine weitere schöne Zeit auf Potsdok 2017. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, das sieht noch ein bisschen mit dem Gegend-Mädel. Musik aus, verdammt. Ja. Meins wurde wirklich, glaube ich. Ah, schön. Tschüss.